Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 90 vom 10. März 2018. Wie immer an dieser Stelle begrüßen euch Philipp Banse und Ulf Burmeier. Herzlich willkommen zur Lage der Nation. Wir steigen in dieser Woche ein in unser Pad, in unsere Vorbereitung mit dem Ergebnis des SPD-Mitgliedervotums. Die SPD hat ja ihre Mitglieder befragt, ob sie denn eintreten soll in eine weitere große Koalition mit der Union. Und das Ergebnis ist relativ eindeutig ausgefallen. Ich persönlich finde fast überraschend eindeutig. Andere hatten es interessanterweise ziemlich genau so vorhergesehen. 66 Prozent der Menschen, die an der Abstimmung teilgenommen haben, haben sich für eine GroKo ausgesprochen. Das waren 239.000 Menschen, 33 Prozent dagegen. Und ja, die SPD hat das bekannt gegeben am vergangenen Sonntag, also am 4. März, in einer Pressekonferenz am Sonntagmorgen. Relativ früh eigentlich war es für 9 Uhr geplant, hat sich immer so ein bisschen verschoben. Eben wie die Brandhaus in Berlin, Philipp. Und du hast hier ins Bett geschrieben, bizarre Pressekonferenz. Du fandst das ein bisschen merkwürdig. Ich fand das super merkwürdig. Also das war so, Olaf Scholz ist da ans Mikro getreten, als würde seine Oma beerdigt. Da war er doch gewonnen, er wollte doch. Ja, er wollte die GroKo, dann gab es aber irgendwie überhaupt keinen Applaus, als er sozusagen das Ergebnis verkündet hat. Offenbar auch auf Order de Mufti, so nach dem Motto, Leute, jetzt macht mal die Minderheit, die da quasi die No-GroKo-Fraktion nicht klein, indem wir hier tun, als hätten wir die Champions League gewonnen, als diejenigen, die Ko-GroKo waren. Also das ist alles so ein bisschen runtergespielt werden, sollte so in gedämpfter Stimmung hier bloß nicht zu viel feiern. Wir wollen doch die Partei nicht als gespalten darstellen jetzt, sondern als Einheit. Deswegen auf der einen Seite alles so ein bisschen gedämpft und so. Auf der anderen Seite war aber Kevin Kühner draußen auf der Straße, hat O-Töne gegeben zur Niederlage. Draußen vor der Tür. Draußen vor der Tür. Andrea Nahles stand auch auf dem Bürgersteig irgendwo und hat vor den Kameras irgendwas gesagt. Also das war so eine widersprüchliche und komische, bizarre Veranstaltung, wo man dachte, Leute, jetzt habt ihr abgestimmt und ihr seid bemüht, dieses Votum als Musterprozess innerparteilicher Demokratie darzustellen, in dem viel diskutiert und kontrovers diskutiert wird. Aber am Ende gibt es halt eine Abstimmung und alle haben sich wieder lieb. Und dann müsst ihr das anders machen. Also dann könnt ihr das nicht so machen, dass das so widersprüchlich und so unorganisiert und so merkwürdig daherkommt. Da müsst ihr euch da hinsetzen, da müssen alle auf dem Podium sitzen und dann kann man nochmal die kurzen Differenzen referieren. Aber im Prinzip muss das sein. So, wir haben diskutiert. Super Entscheidung, auf geht's, Halleluja, endlich können wir umsetzen, was wir umsetzen wollen. Ja, das muss man dann vor allem auch mit allen Flügeln oder Fraktionen der Partei gemeinsam präsentieren. Dann kann man nämlich auch irgendwie Freude über diesen jedenfalls erfolgreich abgeschlossenen Prozess innerparteilicher Demokratie demonstrieren. Da muss man jetzt nicht quasi zum Lachen auf den Dachboden gehen, um das bloß nicht als Provokation rüber zu bringen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also irgendwas stimmt mit deren Messaging nicht. Also da gibt es niemanden, der irgendwie mal so wirklich einen Plan entwirft und durchsetzt, wie das Ganze nach außen präsentiert wird. Das ist bei allen Pressekonferenzen, bei allen Auftritten der letzten Monate immer so gewesen. Wir stolpern alles, das ist wirklich traurig. Und hier haben sie doch gar nicht, das ist doch alles gelaufen, es ist keine 100 Prozent, aber es gab schon eine große Minderheit, die dagegen war, aber das war ja irgendwie auch abzusehen und so. Aber letztlich hat sich der Vorstand durchgesetzt und so. Das ist doch alles nach Plan verlaufen, trotzdem vergeigen die das so dermaßen. Also das ist mir wirklich rätselhaft. Das ist glaube ich aber auch ein Verweis darauf, was da generell schief läuft, warum die so schlecht dastehen, obwohl ihre Ergebnisse dann so schlecht, glaube ich, nicht sind, zumindest aus SPD-Sicht. Die haben einfach keine Ahnung, wie sie das nach außen verkaufen. Ja, das ist wirklich so. Und ein Freund schickte mir vor ein paar Tagen eine SMS, als nämlich ein weiteres Kommunikationsfail bei der SPD passiert ist. Nämlich die Verkündung, und das ist jetzt gleich schon mal so die Überleitung zu unserem nächsten Punkt Regierungsbildung. Die Verkündung der für die SPD nominierten Personen für die nächste Bundesregierung, also wer damit jetzt Ministerämter bekommen soll. Da gab es ja auch einen riesen Kommunikationschaos um die Frage, wer es denn jetzt eigentlich wird. Dann wurden ganz verschiedene Namen der Reihe nach geleakt. Dann stimmten aber die geleakten Namen nicht. Also zum Beispiel bei Heiko Maas, der ja nun Bundesaußenminister werden soll, da stimmte es. Aber es wurden auch so Namen geleakt, die dann gar nicht zutrafen. Also zum Beispiel hieß es eine ganze Weile, Herr Miersch, ein relativ links geltender Bundestagsabgeordneter, solle neuer Bundesjustizminister werden. Und das stimmte dann aber gar nicht. Das heißt, dieser Name wurde durchgestochen, bevor diese Entscheidung überhaupt gefallen war. Und wie gesagt, da schickt hier mir dieser Freund, der in einer anderen Partei aktiv ist, schickt hier mir dann wirklich ernsthaft mitleidig, nicht sarkastisch, eine SMS so mit dem Spin. Ja, das ist echt so traurig mit der SPD, die können nicht mal mehr durchstechen. Ist ja wirklich so, die können nicht mal mehr an die Presse durchstechen. Geschweige denn, dass man zum Beispiel diese Ministerriege jetzt irgendwie stolz in einer schönen großen Pressekonferenz verkündet hätte irgendwie. Das gab natürlich das Gruppenfoto der neuen Minister, aber es kam jetzt irgendwie nicht die Meldung rüber, ja, SPD stellt voller Freude ihre Ministerriege vor. Ich weiß es auch nicht, Philipp, ich weiß jetzt nicht, ich habe es nicht so genau verfolgt, ich kann nicht so richtig einschätzen, was da konkret schief gelaufen ist. Aber jedenfalls ein Event war das jetzt nicht, oder? Kommen wir aber mal zum Kabinett, du hast es ja schon angesprochen, jetzt ist es also komplett, die Union hatte ja ihre Minister und Ministerinnen schon vorher benannt, jetzt ist also auch die SPD dabei und hat genannt, wen sie da ins Kabinett schicken will auf die rausverhandelten Minister oder Ministerposten. Und da gehen wir mal kurz durch, Merkel ist Bundeskanzler und ist klar, Kanzleramtschef wird Helge Braun von der CDU, was kannst du über den sagen? Ehrlich gesagt konnten wir bislang beide, über den nicht so wahnsinnig viel sagen, er hat aber aus der Perspektive, die wir ja in der Lage auch schon besprochen haben, nämlich wie steht es um den Breitbandausbau, gleich am Anfang ein Statement abgegeben, dass wir Verhalten positiv sehen, weil wir uns vorstellen könnten, dass es jetzt vielleicht doch so ein bisschen weiter geht mit dem Breitbandausbau. Wir hatten ja darauf hingewiesen, dass es ein großes Problem ist, dass viel zu wenig investiert wird in den Glasfaserausbau, das war immer wieder Thema in der Lage, könnt ihr in früheren Folgen nochmal nachhören und dass stattdessen so eine Krückentechnologie wie das Vectoring eingesetzt wird, die aber eben bestimmte Nachteile hat und da finde ich kam jetzt vom neuen Kanzleramtschef eine Botschaft, die ich persönlich ganz gerne gehört habe. Im ZDF sagt er nämlich folgendes. Das ist eine neue Förderstrategie, also wir würden jetzt nicht mehr sagen, wir geben öffentliches Geld, um die 50 Mbit irgendwo zu erreichen, sondern wenn wir jetzt in einer Region, in einer Straße, in einem Haushalt neu öffentliche Fördermittel in Angang bringen, dann muss das gleich Glasfaser sein. So, das klingt ja ein bisschen so, kein Steuergeld mehr für Kupfer, Schräg, Schräg, Vectoring, sondern nur noch für Glasfaser, so steht es ja auch ein bisschen im Koalitionsvertrag, aber da hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass das im Koalitionsvertrag zumindest so formuliert ist, als könnte auch Steuergeld dafür ausgegeben werden, um ihm Glasfaser zu diesen Kabelverzweigern in den Orten zu legen und von da aus dann doch wieder Kupfer zu verlegen. Wie gesagt, jetzt formuliert er das hier so, ich würde sagen, wir messen sie mal an ihren Taten, der Sound, also der Tenor, der scheint mir in die richtige Richtung zu gehen, aber ob es dann tatsächlich am Ende, wenn dann die Förderbescheide ausgeschrieben werden, dann so kommt, das müssen wir einfach mal sehen. Genau, ansonsten noch zwei, drei Sätze zu Helge Braun, der ist also 1972 in Gießen geboren und hat dann eine relativ klassische CDU-Karriere hinter sich gebracht, so Junge Union, Kreisvorsitzender der JU in Gießen und so war dann Bundestagsabgeordneter und hat sich so ganz langsam und ehrlich gesagt weit ab der Medien, soweit ich das wahrgenommen habe, ich hatte den Namen irgendwie noch nie gehört, langsam aber sicher nach vorne gearbeitet, war im Kabinett Merkel II, dann schon parlamentarischer Staatssekretär im Bundesbildungs- und Forschungsministerium und seit 2013 war er schon im Bundeskanzleramt zuständig für Bund-Länder-Beziehung und in dieser Position hat er eben auch die Zusammenarbeit von Bund und Ländern bei der Bewältigung der Migration 2015, 2016, 2017 gemanagt und das offensichtlich hat Angela Merkel gut gefallen, jedenfalls jetzt wird er wohl Kanzleramtsminister. Genau, Nachfolger von Peter Altmaier, ich habe den Helge Braun auch irgendwann mal getroffen, allerdings nur ganz kurz, schauen wir mal was draus wird, Verteidigungsministerin bleibt Ursula von der Leyen, auch keine Überraschung, Wirtschaftsminister wird eben Peter Altmaier von der CDU, jemals Kanzleramtsminister, Verkehr, digitale Infrastruktur soll Andreas Scheuer übernehmen. Genau und auch Andreas Scheuer ist jemand, der bislang noch nicht so wirklich aufgefallen ist mit besonders steilen Thesen, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, war allerdings in den letzten Jahren Generalsekretär der CSU und das ist natürlich eine Position, wo er hier und da Akzente setzen konnte. Auch er hat eine ganz klassische Unionskarriere hinter sich eben in der Jungen Union, JU-Kreisverband und war dann seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages, zunächst über die Landesliste in Bayern, hat aber jetzt auch in den letzten vier Bundestagswahlen ein Direktmandat gewonnen im Wahlkreis in Passau. Und was ich persönlich so ein bisschen kritisch gesehen habe, ist, dass er auch sich immer wieder wohl geäußert hat, kritisch zum Thema Arbeitnehmerfreizügigkeit in der Europäischen Union, das hat er nämlich betitelt als Armutszuwanderung, also insbesondere bezogen auf Zuwanderer aus Bulgarien und Rumänien, also das kann man, wenn man will, so ein bisschen als Fischen am rechten Rand interpretieren, Aber letztlich muss man auch da sagen, bleibt im Wesentlichen abzuwarten, wie er sich dann machen wird. Genau, also besonders in Sachen jetzt Glasfaserausbau und ob er es tatsächlich schafft als CSU-Mann sich von der Autoindustrie zu emanzipieren und da mal wirklich das allgemeine Interesse stärker zu vertreten als das der Autoindustrie. Also das Fischen am rechten Rand zieht sich auch so ein bisschen durch, wir hatten ja in der Lage auch schon mal dieses berüchtigte Zitat davon, dass man, jetzt kommt das Zitat, ein fußballspielender, ministrierender Senegalese quasi das allerschlimmste sei, das soll er so gesagt haben, denn der ist drei Jahre hier als Wirtschaftsflüchtling, den kriegen wir nie wieder los, sagt Andreas Scheuer. Also diese, wenn man so will, auch als ausländerfeindlich zu bezeichnenden Formulierungen kommen da immer mal wieder durch und insofern muss man wirklich sehr genau hinschauen, wie er sich als Minister handelt. Genau, dann wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung macht weiter Gerd Müller von der CSU, Außenminister und das war sicherlich eine kleine Überraschung, soll Heiko Maas werden, weil Sigmar Gabriel nicht mehr antreten darf, der wurde sozusagen von der SPD-Führung unter Nahles rausgebotet, wir haben das auch gesagt, Nahles war unter ihm Generalsekretärin als SPD-Chef und das war nicht gut. Die beiden haben sich überhaupt nicht gut verstanden und das war jetzt sozusagen die Gelegenheit Gabriel loszuwerden, auch mit der Begründung Teamplayer und die haben sicherlich Angst davor gehabt, dass er da immer quer schießt und sich nicht an das Teamplay hält und so, sicherlich nicht ganz unberechtigt, dennoch war jetzt Gabriel eben zum Schluss einer der beliebtesten, wenn nicht der beliebteste Politiker in Deutschland, was als Außenminister nicht so furchtbar schwierig ist, das passiert vielen Außenministern, aber nun ist er halt weg und Heiko Maas wird das Außenamt übernehmen, was sagst du? Ja, Heiko Maas war ja wahrscheinlich der Bundesminister, der in der letzten Legislaturperiode in der Lage am häufigsten Thema war, weniger seine Person als quasi die fachlichen Leistungen seines Hauses und da hatte ich insbesondere immer den Punkt gemacht, dass das BMJV eigentlich ein sehr kompetentes Ministerium ist und deswegen nicht so richtig verständlich, wieso viele so fachlich schlechte Gesetzentwürfe aus diesem Haus kamen und damit meine ich jetzt gar nicht politisch falsch. Also politisch kann man ja über viele Dinge unterschiedlicher Meinung sein, genau, aber sondern es ging einfach erst um die Frage, funktioniert das, stimmt das rechtstechnisch, kann man das eigentlich umsetzen und so, stimmen die Verweise in dem Gesetz, stimmen die Definitionen, also ist das quasi juristisch sauberes Handwerk und da gab es in der letzten Legislatur einfach eine Menge zu kritisieren, deswegen habe ich da so ein bisschen Zweifel daran, ob der Heiko Maas so ein wirklich brillanter Jurist ist. Was fachlich halte ich ihn da persönlich eher nicht für den stärksten Kandidaten, auf der anderen Seite muss man sagen, ist er ein begnadeter Politikverkäufer und deswegen waren auch die Reaktionen auf sein neues Amt relativ positiv und ich habe voller Verwunderung gelesen, dass jetzt in einigen Kommentaren zu dieser Personalie zum Beispiel stand, er sei ein erfolgreicher Justizminister gewesen. Da kann man sehen, also wenn man da genauer hinguckt, kann man das beim besten Willen nicht behaupten, aber der Eindruck, den offensichtlich viele Journalisten und Journalistinnen gewonnen haben, ist, Heiko Maas war ein erfolgreicher Justizminister, deswegen meine These, er ist ein sehr guter Politikverkäufer und das muss ja keine schlechte Voraussetzung sein für das Auswärtige Amt. Außerdem ist dieses Ministerium auch dadurch gekennzeichnet, dass die Ministerinnen und Minister besonders deutlich eingebunden sind quasi in die fachliche Zuarbeit. Natürlich stützt sich jeder Leiter eines Ministeriums auf die Zuarbeit aus seinem Haus, aber im Auswärtigen Amt, wo es um die diplomatischen Beziehungen zu irgendwie 180, 190 Staaten auf der Welt geht, da ist jeder im Grunde überfordert. Da muss man sich sehr darauf stützen, was man da so eben vorgelegt bekommt an Sprechzetteln und an Zuarbeit und insofern glaube ich, wenn er da fachlich Schwächen hat in der Auswärtigen Politik, wovon ich fest ausgehe, weil er sich damit noch nie beschäftigt hat, dann glaube ich, lässt sich das im Auswärtigen Amt deutlich besser verkraften als in anderen Ministerien und was die Repräsentation angeht, sehe ich ihn als einen relativ starken Kandidaten. Insofern, also es wurde ja auch viel kritisiert, aber ich finde das eigentlich keine so schlechte Wahl. Ich glaube, dass er das relativ bald gut machen wird, wenn er sich beraten lässt aus seinem Haus. Umwelt und Ernährung macht Julia Klöckner, war jetzt auch schon bekannt. Bildung macht Anja Kalishek von der CDU aus NRW und das führt so ein bisschen zu dem, finde ich, roten Faden, der sich hier so durch dieses Kabinett zieht. Und es ist doch ein Quotenkabinett. Also es ist ein Kabinett, was geprägt ist von der Absicht, bestimmte Gruppen dort unterzubringen und zu repräsentieren. Allen voran Frauen. Ich glaube, es ist jetzt Hälfte Hälfte. Ich habe es jetzt gerade nicht überprüft. Ich habe nicht gezählt, aber ich meine ja. Aber ich meine, es ist Hälfte Frauen, weil die CDU wenig Frauen hatte, haben sie halt Kalishek ausgegraben, nenne ich es mal ein bisschen despektierlich. Sie kommt aus NRW, also einem der großen und starken Landesverbände. Sie ist eben auch relativ jung, glaube ich. Relativ unbeschriebenes Blatt, aber, und das würde ich auch mal das Kapitel Heiko Maas mit einflechten, aber das heißt nicht, dass man einen schlechten Ministerjob macht. Also es wird ja häufig gefragt, wie kommt so jemand, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, wenn es dann um Frau Giffey geht. Wie kann eigentlich jemand, der keine Ahnung hat von der Materie, Minister werden für ein bestimmtes Ministerium? Das klingt erstmal bizarr, ist es aber gar nicht, weil das Anforderungsprofil für einen Minister, Ministerin ist eben nicht nur Fachkompetenz. Das schadet sicherlich nicht, aber viel wichtiger sind andere Sachen, dass du eben die großen Leitlinien vorgeben kannst, dass du mit einem riesen Apparat umgehen kannst, dass du Fachleuten zuhören kannst und sie auf ihre Posten und ihren Platz verweisen kannst, sie aber auch ernst nehmen kannst, das Wichtige vom Unwichtigen trennen kannst, aus dem, was sie dir sagen, sozusagen etwas Durchsetzbares, Machbares rauszudestillieren und das durchzusetzen. Das sind eigentlich die großen Aufgaben und über die technischen Details lassen sich eben lernfähige Politiker auch gerne informieren und das lernen sie dann eben. Ja, also Gabriel ist, finde ich, ein gutes Beispiel. Was hatte der mit Außenpolitik zu tun? Nicht so wahnsinnig viel, aber er hat einen guten Job gemacht. Das würde ich auch so sehen, ja. Er hat natürlich auch teilweise mit Alleingängen vorsichtig betrachtet irritiert oder vorsichtig formuliert irritiert, insbesondere wenn es darum ging, das Sanktionsregime gegenüber Moskau so ein bisschen infrage zu stellen, da waren dann also einige europäische Partner schon verwirrt, was er da andeuten wollte. Also aber gut, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz gut, wenn ein Minister hier und da mal einen eigenen Akzent setzt. Insofern, ich würde auch sagen, unterm Strich war das jetzt nicht verkehrt, was Sigmar Gabriel da abgeliefert hat und bin nicht völlig bei dir, Philipp. Wenn man grundsätzlich einfach zum Beispiel Macht organisieren kann, sich Mehrheiten beschaffen kann, verschiedene Positionen integrieren kann, auch innerhalb seines Hauses zum Beispiel, dann kann man ein erfolgreicher Ministerium führen, auch wenn man vorher kein Fachpolitiker auf diesem Gebiet war. Genau. Jens Spahn macht Gesundheit, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das so mit der Digitalisierung des Gesundheitssystems vorangeht. So Gesundheitskarte, das ist ja so ein Rohrkapierer, wird seit elf, zwölf Jahren entwickelt, hat über zwei Milliarden gekostet und bis heute kannst du nur Name und Adresse aus dieser Gesundheitskarte ablesen. Da kommen jetzt demnächst Notfalldaten und Medikationsplan so online dazu, aber da ist sehr, sehr viel politische Vorgabe gefordert, um die Digitalisierung des Gesundheitswesens voranzubringen, weil das bisher so den Lobbygruppen quasi alleine überlassen wurde und die haben es einfach nicht hingekriegt. Und da fehlt eindeutig politische Vorgabe, politischer Rahmen und das bin ich mal gespannt, ob Spahn das hinkriegt. Daran würde ich ihn messen. Also er hat sich doch aber mit dem Thema immerhin schon mal beschäftigt, er gilt ja durchaus als Gesundheitsexperte, das ist keine schlechte Voraussetzung. Auf der anderen Seite war das sicherlich jetzt auch nicht der zentrale Grund, ihn für dieses Amt vorzusehen, sondern diese Nominierung muss man glaube ich ganz klar als einen Tribut auch sehen von Angela Merkel an ihre CDU-internen Kritikerinnen und Kritiker, die ja sowohl aus der etwas älteren Generation kommen, ja Roland Koch ist ja so ein prominentes Beispiel, Friedrich Merz von den Leuten, also die Angela Merkel im Laufe der Jahre so aus dem Weg geräumt hat, aber eben auch von der ganz jungen Generation, zum Beispiel eben vom JU-Vorsitzenden oder eben von Jens Spahn und das sind alles Leute, die in unterschiedlichen Tonlagen fordern, die CDU müsse wieder mehr konservatives Profil gewinnen, habe zu viele Positionen geräumt unter Angela Merkel und diese Gruppe parteiinterner Kritiker, soll mit der Nominierung von Jens Spahn ganz offensichtlich integriert werden ins Kabinett und da finde ich ist die spannende Frage, ist das jetzt einfach nur, ich sag mal so eine Art Show-Effekt, darf Jens Spahn jetzt mit am Kabinettstisch sitzen und die Gesundheitskarte entwickeln und ansonsten aber nicht viel sagen oder wird er auch tatsächlich aufgebaut als eine starke Figur, die tatsächlich eigene Akzente setzen kann, vielleicht sogar über seinen engeren Bereich der Gesundheitspolitik hinaus, das wird glaube ich die spannende Frage, das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Machtfrage, denn dass dieses die letzte Legislaturperiode ist, während der Angela Merkel einer Bundesregierung vorstehen wird, das gilt ja allgemein als gesetzt, auf der anderen Seite gibt es aber eben noch keinen klaren Nachfolger oder keine klare Nachfolgerin und da wird Jens Spahn heiß gehandelt, aber er ist natürlich auch nicht der einzige, weitere Kandidatinnen wären zum Beispiel Annegret Kramp-Karrenbauer, die jetzt eben CDU-Generalsekretärin geworden ist vor wenigen Tagen und insofern kann man diese Nominierung von Jens Spahn auch so ein Stück weit vielleicht sehen, als den Versuch von Angela Merkel, diese Nachfolgefrage so ein bisschen offen zu halten, weil also jetzt AKK einerseits zwar Angela Merkel offensichtlich viel näher steht, aber auf der anderen Seite will natürlich Angela Merkel jetzt auch nicht im nächsten Jahr weggeputscht werden von der Generalsekretärin, insofern ist es vielleicht gar kein schlechter Move zu sagen, hey, es gibt neben AKK noch jemanden Zweites, der grundsätzlich in Betracht käme. Ministerinneres Bauheimat macht Horst Seehofer, da haben wir auch schon ein paar Worte zu verloren, Minister für Finanzen macht Olaf Scholz, kann er sicherlich, also der hat ja auch glaube ich die Föderalismusreform mit ausgehandelt, also mit allen ihren Fails und so, aber gut, ja, so, da glaube ich, da besteht kein wenig Zweifel, glaube ich, dass er das hinkriegt, die Frage ist so ein bisschen, die ich mir stelle, ist, kann er sozusagen den Forderungen von allen Seiten jetzt mehr Geld auszugeben widerstehen, also seine Messlatte ist sicherlich die schwarze Null vom Vorgänger Schäuble, da bin ich mal gespannt, ob er sozusagen damit durchkommt, keine neuen Schulden zu machen oder ob er… Ja, also ich meine, muss ich sehen, Olaf Scholz ist ein für SPD-Verhältnisse erzkonservativer und ganz, ganz wenig sozial denkender Politiker, mit anderen Worten, wenn einer die Kasse zusammenhalten kann aus der SPD, dann er und ich frage mich ehrlich gesagt eher, ob er nicht vielleicht es auf diesem Wege so ein bisschen übertun wird und die schwarze Null verabsolutieren wird als politische Zielvorgabe, also ich mache mir keine Sorge, dass unter ihm die Haushaltsdisziplin zerbröselt, ganz im Gegenteil, mal sehen. Die Justizministerin macht Katharina Barley von der SPD und davon bist du ganz angetan, glaube ich, ne? Genau, also ich sage jetzt mal etwas überspitzt, endlich eine Justizministerin, die auch wirklich Juristin ist, also da und auch Erfahrung hat in allen möglichen juristischen Positionen, ich sehe das als eine sehr, sehr positive Personalentscheidung, denn Katharina Barley war Richterin, ich glaube im Amtsgericht in Mainz, sie war wissenschaftliche Mütterin am Bundesverfassungsgericht, war also Mitglied des sogenannten, etwas scherzhaft sogenannten Dritten Senats von etwas über 60 jungen Juristinnen und Juristen, die den Verfassungsrichtern zuarbeiten. Das ist eine ganz wichtige Qualifikation, denke ich, weil sie jedenfalls bei vielen Leuten den Blick schärft für die Bedeutung von Grundrechten und für die Bedeutung einfach unserer Verfassungsordnung und darin, in diesem Hintergrund von Katharina Barley setze ich persönlich die Hoffnung, dass sie den Forderungen aus dem Bundesinnenministerium nach immer mehr Überwachung, immer mehr Grundrechtseingriffen, hoffentlich etwas mehr entgegensetzen kann als Heiko Maas, der kam einem ja so ein bisschen vor wie der Notar des Innenministeriums. Ja, jedenfalls. Katharina Barley hat sogar in einem Buch über die Verfassungsbeschwerde mitgeschrieben. Insofern schauen wir mal. Aber ich bin da sehr optimistisch und sie gilt jenseits dieser juristischen Fachfragen ja auch als persönlich sehr angenehm. Also ich habe sie noch nicht persönlich kennengelernt, ich höre da nur quasi über Bande, Positives, aber auch so aus dem Ministerium, das sie jetzt zuletzt geleitet hat, höre ich positive Stimmen, angenehme Führungskultur, ansprechbar, offen. Insofern, wir müssen es abwarten, mal schauen, aber das könnte richtig gut werden. Andere Überraschung war Svenja Schulze aus NRW, die war bis zuletzt Generalsekretärin der SPD in NRW, sie war Ministerin für Forschung in NRW, seit vielen Jahren auch Mitglied im Landtag dort und übernimmt jetzt das Umweltministerium. Warum? Greenpeace hat gleich darauf hingewiesen, ja die Frau mag in Ordnung sein, aber sie ist halt Mitglied auch in der Bergbaugewerkschaft IG BCE, die sich für längere Laufzeiten und deutsche Kohlekraftwerke, der deutschen Kohlekraftwerke eben einsetzt. Also das glaube ich, das wird sicherlich interessant. Auch da fragt man sich, wo kommt die denn her? Wieso, wie zaubert man die jetzt aus dem Hut? Und das hängt sicherlich auch damit zusammen, sie ist eine Frau, sie kommt aus NRW, im starken Landesverband, dem wichtigsten eigentlich, der SPD, der sich auch repräsentiert sehen will. Und so landen halt solche Leute im Kabinett. Das nicht heißen muss, dass sie das schlecht macht, dass sie dafür nicht geeignet ist, aber es ist jetzt niemand, der sich so wahnsinnig vorher aufgedrängt hat, dass alle sagten, an der oder ihn geht kein Weg dran vorbei. Sie ist sicherlich eine aus so einem Pool von mehreren Leuten, die sich geeignet hätten, aber die entscheidenden Kriterien, warum sie dann das letztlich geworden ist, hängen halt mit diesen Quotenerwägungen zusammen. Da glaube ich, da beißt sie mir aus keinen Faden ab. Das muss nicht schlecht sein, aber das erklärt halt, warum die ausgerechnet die jetzt im Kabinett sitzt. Ja, wobei Quote, da muss man natürlich fairerweise dazu sagen, jetzt nicht mal zwingend Frauenquote, sondern vor allem auch den Proport zwischen den Bundesländern, denn auch in der SPD ist ja Nordrhein-Westfalen der stärkste Landesverband. Das heißt also, der muss irgendwie prominent vertreten sein im Bundeskabinett. Und ich habe mich damals ein bisschen umgehört in NRW, auch da kamen ausschließlich positive Rückmeldungen, vor allem auf persönlicher Ebene. Was sie jetzt inhaltlich zu sagen hat, kann ich überhaupt nicht einschätzen, aber kompetent und erfreulich persönlich, so waren die Rückmeldungen. Kann ich aber nicht prüfen, war ich selber dabei. Wir haben gar nicht in der Liste die Frau Giffey, sehe ich gerade. Ah, doch, doch, etwas weiter oben im Patch, sind wir nur gerade drüber weggegangen. Ah, sind wir drüber weggerutscht, weil das sollten wir nicht verschweigen, weil das war ja auch noch so eine sehr interessante Personalie, die wird Familienministerin. Und ich kenne jetzt so ein bisschen, weil die Bezirksbürgermeisterin in Neukölln ist, also war, lange war sie es jetzt. Die ist Neukölln. Die Nachfolgerin von Heinz Buschkowski, die man vielleicht noch kennt, der ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, Krachledern war. Schadenbeißer war so, genau, der hat ordentlich ausgeteilt. Und sie hat da, glaube ich, nach allgemeiner Auffassung einen recht guten Job gemacht, war sehr nah, war viel unterwegs, hat niemandem nach dem Mund geredet, aber jetzt auch nicht die Fronten verhärtet und populistisch irgendwo dazwischen gehauen, sondern war durchaus, sagen wir mal, so ein Problem erkannt. Okay, dann machen wir jetzt eine pragmatische Lösung. So eine ist sie halt. Die ist 39, kommt aus, ich glaube, Frankfurt-Oder ist sie aufgewachsen und ist eben auch eine Frau. Naja, wir haben darüber gesprochen. Ich glaube, ich bin gespannt. Der Aufstieg ist, glaube ich, sie hat, glaube ich, in diesem Kabinett den größten Sprung gemacht, also von einer, wie gesagt, Bezirksbürgermeisterin in ein Bundesministerium. Das ist doch ein Hopser. Aber so, wie ich sie so erlebt habe oder so, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das gut funktioniert. Ja, aber ganz generell muss man sagen, das sind natürlich jetzt alles teilweise auch Vorschusslorbeeren, die wir verteilen, letztlich gilt, an ihren Taten sollte sie erkennen. Ja, das muss man abwarten. Genau, das gilt sicherlich auch, Olaf Scholz hatten wir, Barley hatten wir auch, Svenja Schulz hatten wir auch. Wir müssen noch auf Dorothee Bär eingehen. Ja, wir müssen noch auf Dorothee Bär eingehen. Dorothee Bär ist nicht so richtig Ministerin geworden, sondern Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt, was im Grunde so eine Art digital Beauftragte des Kanzleramts ist. Es gab ja schon seit ewigen Zeiten diese Diskussionen um die Frage, ob es denn ein eigenes Digitalministerium braucht. Da gibt es viele Argumente dafür und dagegen. Ich will die jetzt gar nicht alle nochmal aufzählen. Die Kompromisslösung, die Angela Merkel jetzt quasi in letzter Minute gefunden hat, im Koalitionsvertrag tauchte die noch nicht auf, ist Dorothee Bär eben mit diesem Posten der Staatsministerin auszustatten. Das ist eben kein richtiger Ministerposten, weil sie nämlich kein Ministerium hat und auch eigentlich keinen eigenen Haushalt. Aber immerhin soll es jetzt jemanden im Kanzleramt geben, der sich mit diesem Thema Digitalisierung speziell beschäftigt. Das kann gut funktionieren, wenn sie dann direkt eben im Kanzleramt beteiligt wird. Die Digitalisierung ist ja auch ein Querschnittsthema. Insofern finde ich die Verankerung im Kanzleramt vielleicht sogar smarter als in einem eigenen Ministerium. Und Dorothee Bär beschäftigt sich für die CSU auch schon seit vielen Jahren mit digitalen Themen. Kenne ich irgendwie auch seit zehn Jahren über Twitter. Also insofern, die weiß grundsätzlich, wovon sie redet. Man hat natürlich jetzt immer das große Problem, dass sie möglicherweise den Einflüssen von Lobbyverbänden unterliegt und deswegen Dinge vertritt, von denen sie eigentlich weiß, dass es Quatsch ist. Sie hat, das muss man deutlich sagen, in dieser Woche ein Interview gegeben, das in sozialen Medien enorm rumgereicht wurde, Philipp, weil das vielleicht auch nicht ganz so smart war. Ja, im Heute-Journal war es, glaube ich, da wurde sie halt von Marietta Slomker gefragt, ja, was passiert denn jetzt? Und Marietta Slomker sagte dann immer… Beim Breitbandausbau, ne? Ja, beim Breitbandausbau. Wie kann das sein? Das Ziel ist nicht erreicht. Wie soll denn das jetzt weitergehen? Auf ländlichen Jeregen gibt es irgendwie kein Breitband. Was soll denn da jetzt passieren? Was soll denn da jetzt passieren? Da muss doch mehr Bandbreite her. Und da sagte dann Dorothea Bär diesen interessanten Satz. Deswegen haben wir zum Beispiel auch ein Gigabit-Programm für unsere Gewerbegebiete. Aber das Thema muss doch sein, kann ich auf dieser Infrastruktur, die wir haben, dann auch mal autonom fahren? Habe ich die Möglichkeit auch zum Beispiel mit einem Flugtaxi durch die Gegend zu können? Ja, also dieses Wort Flugtaxi, ich habe das da zum ersten Mal gehört und ich glaube, mir ging das nicht alleine so. Und das ist natürlich dann immer auch so ein schöner Treibsatz, um sowas durch die sozialen Medien zu pusten. Also da haben sich natürlich wahnsinnig viele lustig gemacht. Das ist natürlich auch sehr einfach. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist eine bizarre Aussage und total komisch und keiner weiß, was ein Flugtaxi ist. Und man kann da natürlich dran eine komplette Weltfremdheit knüpfen und völlige Realitätsverlorenheit. Aber ich glaube, damit würde man ihr Unrecht tun. Also das würde einfach, ja, das würde, glaube ich, die Realität nicht abbilden. Das würde ich genauso sehen. Also ich sehe Dorothee, übrigens nicht Dorothea, Dorothee Bär auch, Doro, ja, man sagt, alle sagen immer Doro, Doro Bär deutlich positiver, als sie jetzt in dieser Woche rüberkam. Wie gesagt, ich glaube nämlich, dass sie eine ganze Menge Fachkompetenz mitbringt, einfach weil sie in den netzpolitischen Diskursen schon seit vielen Jahren drinsteckt. Sie hat auch früher, als sie eben noch kein Amt hatte, auch immerhin schon mal hier und da Profil bewiesen. Ich erinnere mich von ihr auch an kritische Äußerungen zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Das führt ja in der CDU normalerweise zur direkten Exkommunikation. Und also das hat sie sich erlaubt, muss man sagen. Das spricht aus meiner Sicht auch für so ein gewisses Rückgrat. Man muss jetzt abwarten, was sie tatsächlich leisten kann. Aber dieser Auto mit dem Flugtaxi, den sollte man auch nicht überbewerten. Für mich ist das auch so ein bisschen so ein Beispiel, wie eben so unser Mediensystem funktioniert. Wie eine zugegebenermaßen etwas dämliche Äußerung dann gleich so hochgejagt wird. Ja, weil es einfach, weil diese, was ich eben sagte, in den sozialen Medien funktioniert es über Emotionen. Du musst spontan, du reagierst spontan auf etwas. Deine Emotionen, deine Wut, meistens Wut, Empörung, die ist sofort da. Und das befördert sozusagen Verbreitung in den sozialen Medien. Und dafür ist sowas perfekt geeignet. Und deswegen auch hier nochmal der Appell, Leute, bevor man Twitter, da, bevor man sich lustig hört, einmal kurz, einmal kurz nachdenken. Ist es wirklich gerechtfertigt? Stoßen wir da in ein Horn, was wir tausendfach vervielfachen und verstärken, was, sagen wir mal, der öffentlichen Debatte und der Person, um die es geht, tatsächlich angemessen ist? Wenn ja, bitte. Wenn ja, bitte. Aber ich glaube, wenn ein paar Leute darüber nachgedacht hätten, wäre das anders gelaufen. Ja, und das war in diesem Fall wirklich so ein Stückchen unfair. Und auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, sie hätte sich auch so ein bisschen deutlicher zu bestimmten Breitbandzielen bekennen können. Also vielleicht, um da vielleicht doch noch eine kritische Note dem abzugewinnen. Also Doro Bär hat natürlich diese einmalige Chance auch verstreichen lassen, mal eine klare Ansage zu machen und sich zu positionieren als jemand, der jetzt zum Beispiel bestimmte Entscheidungen beim Breitbandausbau fordert und auch forcieren wird. Das muss man sehen, das kann man auch lesen, als kaum hat sie einen Posten, knickt sie ein und erzählt sie nur noch weichgespültes Zeug. Denn diese Antwort auf die Frage war ja gerade der Versuch auszuweichen irgendeiner Festlegung in seinem Breitbandausbau. Das muss man natürlich schon sehen. Genau. Und deswegen wird es halt auch interessant, inwieweit sie sich jetzt mit diesen ganzen anderen drei Ministerien, die da auch noch für zuständig sind, irgendwie mittelbar, wie sie sich mit denen auseinandersetzt, mit Helge Braun, der dann auch noch dafür sich irgendwie ja zuständig fühlt und wie sie die koordinieren will und ob die sich alle reinreden lassen. Also das muss man echt abwarten, ob die Koalition da eine Linie kriegt. Wir werden das weiter beobachten auf jeden Fall. Und wir hatten diese Woche noch ein Thema, wo ich auch mal wieder vor Ort so ein bisschen war, das Umweltbundesamt hat eine Studie vorgestellt, in der erstmals beziffert wird, wie viele Menschen in den vergangenen Jahren in Deutschland im Zusammenhang mit Stickstoffdioxid ums Leben gekommen sind, gestorben sind. Und wir hatten, ich finde das deshalb interessant, weil es halt einerseits diese Zahlen gibt, aber eben andererseits auch die Methode, mit der diese Zahl erhoben wurde, weil diese und ähnliche Zahlen ja schon im Rahmen dieser ganzen Dieselbetrügereien seit Monaten im Umlauf sind und viel diskutiert werden. Aber vielleicht kurz mal zu der Studie, erstmal zum Ergebnis, was da vorgestellt wurde diese Woche von Maria Krautsberger, der Präsidentin des Umweltbundesamtes. Sie sagt also, erstmals gibt es Zahlen oder Übertote, die in Deutschland auf Stickstoffdioxid zurückzuführen sind. Das zentrale Ergebnis ist, dass wir in Deutschland im Jahr 2014 6000 vorzeitige Todesfälle verzeichnen konnten, die auf Stickstoffdioxid zurückzuführen waren im Zusammenhang mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Darüber hinaus haben wir rund eine Million andere Erkrankungen, Asthma, Diabetes Typ 2, aber auch COPD, die einen starken Zusammenhang zu Stickstoffdioxid haben. Das ist also Maria Krautsberger und das heißt also in 2014, also die haben das von 2007 bis 2014 untersucht, aber in 2014 gab es eben diese 6000 Tote, die auf Stickstoffdioxid zurückzuführen sind und über 400.000 Asthma-Erkrankungen in diesem Jahr und über 400.000 Diabetes-Erkrankungen, was auch ein interessantes Ergebnis war. Das ist ja gar nicht unmittelbar verbindet damit, Diabetes und Atemwege sind auf den ersten Blick erstmal zwei völlig getrennte Themen. Diabetes, die sogenannte Zuckerkrankheit, was ja zunächst mal eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse ist. Und dann ist aber natürlich die Frage, wie kommt es jetzt zu diesen Zahlen? Das habe ich ja auch schon gesagt, das gab auch schon eine Europäische Umweltagentur, die ähnliche Zahlen veröffentlicht hat, die lagen ein bisschen höher. Und da war immer die Frage, hä, wie messen die das? Weil auf dem Totenschein von Toten in Deutschland steht ja nicht Stickstoffdioxid. Und da war immer die Frage, wie kann man das messen? Und da habe ich mich mit denen jetzt mal ein bisschen länger unterhalten, auch mit den Leuten, die das da veranstaltet haben und diese Studie zusammengestellt haben. Und dabei ist herausgekommen, dass die so vorgegangen sind. Also die haben sich zuerst gefragt, wie viele Menschen sind jedes Jahr zwischen 2007, 2014 eigentlich an Krankheiten gestorben, die wissenschaftlich nachgewiesen durch Stickstoffdioxid verursacht werden können. Und das sind in erster Linie Herz-Kreislauf-Krankenheiten, aber eben auch Asthma und auch Diabetes. So, das ist sozusagen ihre Gruppe, die sie untersucht haben. Und dann haben sie geschaut, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, bei bestimmten Konzentrationen von NO2, also Stickstoffdioxid, an diesen Krankheiten zu erkranken. Auch das weiß man aus Studien, aus so epidemiologischen Studien, dass man messen kann, okay, so und so viele Menschen waren über so und so einen Zeitraum diesem Stickstoffdioxid ausgesetzt. Und deswegen haben wir so und so hohe Wahrscheinlichkeiten, bei bestimmten Konzentrationen an diesen Krankheiten zu erkranken. Und dann haben sie sich als dritten Schritt angeschaut, wie hoch ist denn in Deutschland die mittlere Belastung mit NO2, also Stickstoffdioxid, vor allen Dingen auf dem Land so als Hintergrund rauschen und in der Stadt als Hintergrund rauschen. Sie haben so die Hotspots, die besonders belasteten Straßen und so, das haben sie rausgelassen. Sondern sie haben sich so die mittlere Belastung auf dem Land und in der Stadt angesehen. Und dann haben sie noch rausgerechnet, okay, wie hoch ist denn so die Wahrscheinlichkeit all dieser Menschen, die da gestorben sind, dass sie an anderen Ursachen gestorben sind. Also Rauchen beispielsweise, Alkohol, also alles, was nicht Stickstoffdioxid related ist, das haben sie rausgerechnet. Und so steht halt am Ende diese Zahl, 6000 tote Menschen sind 2014 statistisch gesehen in Deutschland auf Stickstoffdioxid zurückzuführen. Wobei man natürlich sagen muss, das ist natürlich eben eine Zahl, die letztlich auf Berechnungen beruht. Und diese ganzen Berechnungen haben natürlich ihre Unschärfen. Also es könnten auch in der Realität 5000 oder 7000 oder auch vielleicht sogar nur 2000 gewesen sein, oder? Haben Sie dazu mal so ein bisschen was gesagt, wie sicher Sie sich da sind? Genau, also Frau Kreuzberger, ich habe das Frau Kreuzberger auch gefragt. Ich habe sie gefragt, das ist ja jetzt, Sie haben, wie gesagt, steht nicht im Totenschein. Das sind statistische Wahrscheinlichkeitsberechnungen schon wissenschaftlich fundiert und ja, nicht einfach aus der Luft gegriffen. Aber es wird halt nicht gesagt, die 6000 sind gestorben, weil sie Stickstoffdioxid zu lange eingeatmet haben in hohen Dosen. Sondern es ist wahrscheinlich, sind sie auf Stickstoffdioxid zurückzuführen. Und darauf sagte Frau Kreuzberger. Unsere Ergebnisse sind sehr verlässlich. Sie sind sehr vorsichtig. Wahrscheinlich liegen die Ergebnisse darüber. Aber wir wollten auch wissenschaftlich wirklich keinen Fehler begehen und sind nur auf die Erkrankungen eingegangen, für die wir einen evidenten Zusammenhang wissenschaftlich belegt haben zwischen NO2 und Erkrankungen. Also da weist sie nochmal auf diese Untersuchung der EU-Umweltagentur hin. Die hatte nämlich nicht nur geguckt, wie viele Menschen sind denn gestorben an Krankheiten, die wissenschaftlich nachgewiesen mit Stickstoffdioxid zusammenhängen und verursacht werden können. Die haben geguckt, wie viele sind denn insgesamt gestorben. Und deswegen sind sozusagen die Zahlen, die diese EU-Agentur errechnet hat, wesentlich höher. Und davon hat sich das Uber auch nochmal abgegrenzt, um wirklich zu sagen, Also wir sind hier tendenziell auf der konservativen Seite. Womöglich sind die Zahlen eher höher. Okay, aber zum Hintergrund muss man natürlich wissen, dass diese Zahlen quasi die politische Begründung dafür sind, dass die EU so relativ strenge NOx-Grenzwerte festgesetzt hat. Und diese Grenzwerte wiederum sind die rechtliche Grundlage dafür zum Beispiel, dass in Deutschland möglicherweise Fahrverbote sogar verhängt werden müssen. Jedenfalls aber Fahrverbote verhängt werden können. Das haben wir in der vergangenen Folge ja ausführlich besprochen. Insofern sind diese Zahlen über die Gesundheitsgefährdung oder sogar die Todesfälle durch NOx schon politisch jedenfalls von sehr großer Bedeutung. Genau und es gibt halt immer, das war jetzt in der letzten Woche auch ganz oft zu hören von Peter Ramsauer, dem ehemaligen Vergessminister, das zentrale Argument auch der Autoindustrie ist, ja die Stickstoffdioxidwerte sind hoch und an vielen Städten über 60 werden sie überschritten. Aber sie sinken seit Jahren, alles in allem sinken sie seit Jahren. Und das hat auch diese Studie belegt und das sagt auch Frau Kreuzberger. Aber dennoch überschreiten viele Städte die Grenzwerte nach wie vor und das heißt, wir müssen in den nächsten Jahren handeln. Von alleine wird sich das nicht erledigen, nur durch Flottenerneuerung oder durch Nachrüstung. So, da sind wir also wieder dabei. Hardware-Nachrüstung muss es geben. Katalysatoren für alle Autos, die halt eben wie diese Grenzwerte nur im Labor, nicht auf der Straße einhalten. Das sind wie gesagt ein paar Millionen, aber die Autoindustrie will das nicht. Und das führt halt dazu, das hat das Uber auch nochmal gesagt, dass heute ein Euro 5 Diesel, der vor einigen Jahren verkauft wurde, durchschnittlich mehr Stickstoffdioxid auspustet als ein Euro 3 oder ein Euro 4 Auto. So, zumindest vor Software-Update. Und deswegen sagt Uber auch, Kreuzberger, an Fahrverboten werden wir nicht vorbeikommen. Die Deutsche Umwelthilfe, die hat dieses Leipziger Urteil jetzt nochmal zum Anlass genommen, um in 14 Städten die Verwaltungsgerichte darauf hinzuweisen, hier, bitte, wir hätten gerne mündliche Verhandlungen bei Verfahren, die erstmal auf Eis gelegt worden waren, wegen des Leipziger Urteils. Wir würden jetzt gerne hier weitermachen. Und die Kommunen und diese Städte, Berlin, München, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt, Aachen etc. dazu zwingen, Luftreinhaltepläne zu erlassen und eben zu prüfen, geht es ohne Fahrverbote. Ja, und da muss man natürlich sehen, die Deutsche Umwelthilfe macht da massiv Druck. Ja, also die fühlen sich natürlich jetzt auch ermuntert durch die Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht, die wir in der vergangenen Woche besprochen haben, dass eben Fahrverbote grundsätzlich zulässig sind. Und das heißt also, diese Bewegung wird sich letztlich nicht mehr aufhalten lassen. Das heißt also, da wird der Druck weiter hoch sein. Was auf der anderen Seite natürlich auch zeigt, wie wichtig eigentlich auch strategische Prozessführung ist. Wie wichtig es ist, dass aus der Zivilgesellschaft heraus sich Organisationen einsetzen für Themen, insbesondere wenn die Politik versagt. Genau wie die GFF das macht im Bereich quasi Bürgerrechte. Ja, weil da halt irgendwie die Politik gerade bei der GroKo völlig versagt hat und einfach gesagt hat, Grundrechtseinschränkungen bis zum Get-No. Genauso macht es jetzt eben die Deutsche Umwelthilfe im Bereich Umweltpolitik. Ja, wenn die Politik versagt bei der Regulierung von Dieseln, und dabei, wenn es darum geht, Auflagen zu erteilen, zum Beispiel für Dieselhersteller, dann muss eben geklagt werden. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel. Aber praktisch stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie kontrolliert man denn eigentlich solche Fahrverbote? Also stellen wir uns vor, in bestimmten Städten, zum Beispiel für Stuttgart, hat das das Bundesverwaltungsgericht ja schon sehr deutlich angedeutet, in bestimmten Städten soll jetzt tatsächlich nur noch bestimmten Dieseln überhaupt der Verkehr erlaubt sein in den Innenstädten. Wie kläre ich denn jetzt, ob ein Diesel zum Beispiel eine bestimmte Schadstoffnorm überhaupt einhält? Ja genau, also da gibt es eigentlich, also bis auf das Bundesverkehrsministerium, sagen halt alle, dafür brauchen wir eine blaue Plakette. Also dass Autos gekennzeichnet sind, die halt bestimmte Normen wirklich, wirklich einhalten. Und nur die dürfen sich halt dann in Innenstädten vielleicht bewegen. Und man sieht halt, Auto hat keine Plakette, darf hier nicht fahren, raus, Strafe. So und die Uber-Chefin, die hat das sozusagen nochmal ein bisschen differenziert und gefordert, nicht eine, sondern zwei blaue Plaketten, eine hellblaue und eine dunkelblaue zu machen, um das ein bisschen praktikabler zu gestalten. Sie hat gesagt, eine hellblaue Plakette könnte man für Euro 5 Diesel vergeben, die nachgerüstet wurden und zugelassene Euro 6 Diesel, also sagen wir mal nicht die saubersten, aber relativ saubere. Und da könnten halt Städte mit relativ weniger Belastung sagen, okay, wir machen Fahrverbote, aber nur für die ganz schmutzigen. Und Euro 5 und Euro 6 mit dieser hellblauen Plakette, die lassen wir noch rein. Und dann sagt sie nur, aber für Städte wie München zum Beispiel, die extrem unter Stickstoffdioxidbelastung leiden, die könnten und müssten eine dunkelblaue Plakette vergeben. Heißt, nur Autos mit dunkelblauer Plakette dürfen in die Stadt. Und eine dunkelblaue Plakette würden nach ihrem Vorschlag eben nur diese neuesten Abgasstufen Euro 6D Temp und Euro 6D bekommen, die deutlich weniger Stickoxid eben emittieren. Also das ist sozusagen ihr Vorschlag. Und ich denke mal, der Druck wächst einfach auf den nächsten Verkehrsminister, da zu sagen, man macht eine blaue Plakette, weil sonst geht es wirklich Kraut und Rüben. Und sonst, glaube ich, leidet auch der Rechtsstaat. Ich glaube, dass das Vertrauen der Bürger in so einen Staat leidet, wenn das Bundesverfassungsgericht das entscheidet. Und es gibt Fahrverbote und die Kommunen verhängen vielleicht Fahrverbote, aber letztlich ist es so, ja, ist eh egal, weil kann man nicht kontrollieren und was soll's. Und es kann ja irgendwie nicht sein, dass unsere Innenstädte ein rechtsfreier Raum sind, Philipp. Nee, genau. Auch ohne Internet. Auch ohne Internet. Genau. Eine Sache noch im Nachtrag, das wird mir so ein bisschen hängen geblieben, der Matthias Wissmann, der ehemalige Verkehrsminister und Chef vom VDA, dem Verband der deutschen Automobilindustrie, also dem obersten Lobbyisten der Autoindustrie, der hat ja bei uns in der letzten Sendung auch so einen O-Ton verkündet. Ja, Nachrüstung, Nachrüstung, wer Hardware-Nachrüstung neue Katalysatoren will, der muss wissen, dass dann aber auch mehr CO2 ausgestoßen wird. Also Stickstoffdioxid sinkt, aber der Verbrauch von Diesel geht nach oben, deswegen mehr CO2. Und da hab ich immer gedacht, irgendwas stimmt doch an diesem Argument nicht. Irgendwas ist doch da faul. Ja, der ADAC hat nachgemessen und gesagt, sind nur zwei bis sechs Prozent mehr, also nicht so viel. Aber letztlich ist dieses Argument und doch deshalb so merkwürdig, weil es einfach nur belegt, dass dieses Konzept Verbrennungsmotor für den Arsch ist. Wie du es auch machst, es kommt Gift raus. Schraubst du das eine Gift runter, kommt halt das andere Gift mehr. So, und das zeigt eigentlich nur, wie kaputt dieses Konzept Verbrennungsmotor ist. Also ich wirklich, ich laufe durch die Städte und gucke mir diese Autos an und denke, ihr fahrt hier echt durch und verbrannt mehr oder weniger Öl. Da kommt hinten nur Gift raus. Ihr verbraucht einen Riesenplatz in den Städten. Alles ist voller Autos. Und das soll hier die Zukunft sein? Das kann es nicht sein. Mir kommt das so anachronistisch vor. Und für mich ist das so ein bisschen wie das Rauchen. Für mich ist es wirklich so. Für mich ist Autofahren mit Verbrennungsmotor so ein bisschen wie das Rauchen. Das war lange total akzeptiert. Und alle haben es gemacht. In der Bahn, im Flugzeug, in öffentlichen Gebäuden, überall, Jugendliche, scheißegal, Werbung rauf und runter. Das galt als cool und das war völlig okay. Alle wussten, es ist nicht gesund. Aber letztlich haben es alle gemacht und fanden es super. Und in den letzten, ich weiß nicht, fünf, sechs, zehn Jahren hat sich da so ein Mentalitätswandel durchgezogen. Und ich glaube, mit der Auto ist es auch so. Ich glaube, wir sind am Anfang davon zu sehen, dass dieses Auto einfach rausläuft. Also da glaube ich, ist natürlich ein bisschen immer die Frage des Zeithorizonts. Was man jetzt denkt, wie schnell sich solche Entwicklungen vollziehen. Aber ich persönlich bin da skeptisch, ob das Auto tatsächlich so quasi aus der Mode kommt und so insbesondere negativ konnotiert ist, wie du das jetzt gerade beim Rauchen geschildert hast. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Frage der Filterblase. Wir leben jetzt hier halt in einer Großstadt, in der man ohne Auto relativ gut klarkommt. Jedenfalls, solange man jetzt nicht zum Baumarkt will, um sich irgendwelche Sachen einzukaufen, geht es ja alles mit der U-Bahn oder mit dem Notfalls dann eben doch mal mit dem Taxi. Das funktioniert ja alles wunderbar. Oder mit dem Fahrrad. Also ich fahre ja zum Beispiel auch sehr, sehr gerne Fahrrad, finde das ein großartiges Verkehrsmittel, obwohl man jedes Mal irgendwie sein Leben riskiert. Aber das sieht ja auf dem Lande ganz anders aus. Weißt du, wenn du irgendwie im Dorf wohnst und die nächste Kleinstadt ist 25 Kilometer entfernt, da kannst du natürlich mit Amazon das eine oder andere abfedern. Aber du musst ja dann doch irgendwie mal zum Arzt. Du musst ja dann doch irgendwie mal was einkaufen. Und wie soll das funktionieren ohne Auto? Ich rede nur von Verbrennungsmotoren. Also ich sehe das bei meiner Mutter beispielsweise, lebt auf dem Lande. Also Individualmobilität. Die fährt natürlich in die größere Stadt. Natürlich braucht die für ihr Sozialleben im Dorf nebenan und noch 10 Kilometer hier und 15 Kilometer da. Natürlich braucht die ein Auto, um hier nicht völlig zu versauern, um ihre Leute zu besuchen. Eben. Aber das sind alles Entfernungen, die du ganz bequem mit Elektro machen kannst. Überhaupt nicht. Okay, das ist natürlich ein anderer Punkt, dass man halt sagt, die Verbrennungsmotoren werden mittelfristig abgelöst durch Elektromotoren. Gut, das glaube ich schon eher. Ich hatte jetzt gedacht, du meinst generell Individualmobilität. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, die wird in der Stadt massiv zurückgehen und zurückgehen müssen. Auf dem Land wird sie sicherlich noch ein bisschen bestehen bleiben. Aber auf dem Land hast du häufig irgendwie genug Platz, um Carport und dann Elektroladegeräte da hinzustellen. Und du hast Entfernungen, die alle so 100 Kilometer plus minus sind. Ja, ja, klar. Und alles total regelmäßig. Das kannst du alles abdecken. Da vielleicht noch die Fußnote, Toyota will in Europa keine Diesel mehr verkaufen. Die haben eh nicht mehr viel Diesel gehabt, so 15 Prozent, glaube ich, haben sie in Europa noch Diesel verkauft von ihren Autos. Aber die haben jetzt gesagt, wir hören auf mit Diesel. Also zumindest Diesel, der scheint mir da doch auf dem Rückzug zu sein. Also das würde ich sofort mitmachen. Gut, nächster Punkt. Wir haben nochmal wieder den Blick zu wenden Richtung Trampeltier. In Washington hat nämlich Donald Trump in dieser Woche den ersten Schuss quasi abgefeuert in einem neuen Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und dem Rest der Welt. Er hat Strafzölle verhängt auf Lieferungen aus dem Ausland von Stahl und Aluminium. Das heißt also, wer jetzt Stahl in die Vereinigten Staaten importieren möchte, zahlt 25 Prozent Aufschlag. Bei Aluminium sind es 10 Prozent. Und das führt natürlich unmittelbar dazu, dass ausländischer Stahl oder ausländisches Aluminium entsprechend teurer sind als einheimische Produkte. Und das hat Donald Trump auch ganz klar gesagt. Wenn man diese Zölle vermeiden will, dann soll man eben einfach in den Vereinigten Staaten produzieren. Philipp, warum ist denn das eigentlich ein Problem? Naja, also Trump sagt, also was heißt sagt, aber die US-Stahlindustrie, die hat halt seit Jahrzehnten keine gute Zeit gehabt sozusagen und ist nicht mehr in der Lage, genug Stahl und Rohstoff zu liefern für den Bau wichtiger Rüstungsgüter zum Beispiel, U-Boote zum Beispiel. Autos zum Beispiel. Und da sagt Trump, das geht nicht. Das ist eine Gefahr für die nationale Sicherheit, wenn so wichtige Branchen von ausländischem Stahl abhängig sind. Außerdem will er natürlich, dass die US-Stahlindustrie wieder auf die Füße kommt, mehr Aufträge kriegt, mehr Geld einnimmt. Und ja, so versucht er halt den Import von Stahl und Aluminium teurer und unabhängiger zu machen, damit dann US-Firmen, Autofirmen, Rüstungsfirmen eben wieder bei US-Stahlproduzenten und Aluproduzenten ihre Rohstoffe kaufen. Und ja, keine Ahnung. Also es ist mittlerweile so, größter Stahllieferant ist wohl Kanada, dann kommt die EU. China dominiert wohl den Weltmarkt mit Billigstahl, also von der Stange, das kommt wohl das meiste aus China. EU-Länder Deutschland haben sich da eher so auf Spezialsorten, auf Nischen konzentriert, besonders hart oder besonders dünn. Und Trump sagt auch, dass es einfach unfair zugeht auf dem Weltmarkt. Also er nennt dann immer den Handelsüberschuss, vor allen Dingen Deutschlands, Europas. Der sei eben zu groß. Also das bedeutet, dass Deutschland und Europa viel mehr Waren nach USA verkaufen als umgekehrt. Und somit also die USA mehr Geld in die EU nach Deutschland überweisen für diese Waren als eben umgekehrt. Also da fließt sozusagen Geld ab. Das empfindet er als umgekehrt und als unfair. Und man kann dann eben natürlich auch diese Zollpolitik als unfair empfinden. Zum Beispiel Autos wird da immer genannt, dass eben Autos, die aus den USA nach Europa importiert werden, mit 10% Zoll belegt werden. Aber Autos, die aus Europa in die USA geliefert werden, nur mit 2,5%. Aber wenn man dann eben genauer hinguckt, dann sind es eben Autos, die auch in den USA von Autoherstellern gebaut sind und die besonders populär sind, die kosten dann auch beim Import aus Europa auf einmal nicht mehr 2,5%, sondern 25% Zoll. Also das ist... Das System ist ja doch nicht Zweck. Nee. Das ist doch im Grunde ein Potpourri von unterschiedlichen, von unterschiedlichen protektionistischen Ideen. Jeder schützt da seine Industrie. Jeder versucht irgendwie die Waren, die inländisch von der eigenen Industrie hergestellt werden, möglichst zu schützen und Importe da möglichst unattraktiv zu machen. Also ich glaube da, mein Eindruck ist, dass sich da alle nichts nehmen. Aber was ist denn jetzt das Besondere dann an diesen Strafzöllen, die Donald Trump verhängt hat? Warum regt sich insbesondere in Europa so breiter Widerstand? Wieso insbesondere? Gibt es jetzt schon Überlegungen, wie Europa quasi zurückschießen kann? Also da kursieren jetzt ja schon solche Ideen, wie wenn Donald Trump europäischen Stahl und europäisches Aluminium besteuert oder mit Zöllen belegt, dann könnte man ja zum Beispiel von Seiten Europas, Gedankenstrich, das ist eine europäische Entscheidung, weil das wegen des Binnenmarkts, Gedankenstrich, da könnte man ja von europäischer Seite zum Beispiel Strafzölle, kein Witz, auf Harley-Davidson-Motorräder und Jack Daniels-Whiskey verhängen. Und zwar, warum nun gerade auf diese beiden Produkte? Das Argument war dann, naja, die stammen aus Bundesstaaten, wie zum Beispiel Tennessee, der Jack Daniels, die besonders stark für Trump gewählt haben und jetzt will man quasi spezifisch die Trump-Fan-Bundesstaaten bestrafen. Philipp, warum reagiert Europa jetzt so sensibel, wenn es doch immer schon Zölle gab? Naja, weil, also das ist natürlich so eine konkrete ich glaube, das ist ein konkreter, konkretes Bedenken und es ist so eher Sorge ums Big Picture. Ja, also die konkreten Bedenken sind einfach, dass, ja, China hat sozusagen den Weltmarkt mit Billigstahl überschwemmt und jetzt, und viele Staaten wehren sich schon mit höheren Zöllen dagegen, Brasilien, andere Staaten, jetzt kommt sozusagen auch noch die größte Wirtschaftsmacht und wehrt sich mit höheren Zöllen dagegen. Wenn Europa da nicht nachzieht, dann kommt halt dieser Billigstahl aus China vor allen Dingen nach Europa, senkt hier die Preise, bedroht hier die Produktion und bedroht Arbeitsplätze. Das ist so, dass das eine konkrete Bedenken, was da geäußert wird, aber das, das Bigger Picture ist natürlich, ne, das, was du am Anfang ja auch mit Handelskrieg bezeichnet hast, ist das sozusagen der erste Schuss in so einer weltweiten Reaktion, wo jetzt alle anfangen, ihre Zölle zu erhöhen. So, jeder, der, wer, 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 wer zu Hause Autos produziert, erhöht die Zölle für Autos, um die eigene Industrie zu schützen. Wer zu Hause Stahl produziert, erhöht die Zölle, um Stahl zu schützen. Wer zu Hause Fisch fängt und produziert, der erhöht die Zölle für Fischimport, um, um, um die eigene Industrie zu schützen. Also das ist ja so der, die große Befürchtung, die dahinter steht, dass jetzt nach Jahrzehnten, jahrzehntelanger Bemühungen, ja, wo es, sag mal, auf großer, auf breiter Front gelungen ist, eben solche Handelsbarrieren abzusenken, wo Zölle gesenkt wurden, um, um auch Kosten für Endverbraucher zu senken. Nun auf einmal, dass es wieder nach oben geht und alle irgendwie auf einmal 20, 30 Prozent Zoll für irgendwas verlangen und, für alles, für alles teurer wird. Das muss man ja sehen. Also wenn der Stahlimport in die USA mehr mit Zoll belegt wird, dann ist es natürlich für die, für die, die diesen Stahl auch brauchen und den brauchen sie ja trotzdem noch, natürlich teurer ihn zu kaufen. Das heißt, die Produkte für die Leute in den USA werden auch, wenn auch vielleicht marginal steigen. Aber das gilt natürlich für alle Menschen, die hinter Zollbarrieren sitzen, dass ihre Produkte, die auf verzollten, sagen wir mal, verzollten, verzollten Importen basieren, dass die natürlich teurer werden. Und das ist so ein bisschen die Frage. Gibt es jetzt einen, gibt es jetzt einen Handelskrieg? Steigen jetzt die, die Zölle aller Orten? Genau. Das Risiko ist halt einfach, dass da jetzt quasi so ein Teufelskreis aus Maßnahmen und Gegenmaßnahmen einsetzt. Wenn jetzt einfach alle irgendwie anfangen, an der Zollschraube zu drehen, dann wird generell Handel schwieriger, dann gehen generell die Preise hoch. Und das wäre vermutlich, also man muss natürlich sehen, diese Globalisierung, also das System eines sogenannten freien Welthandels, hat natürlich auch große Probleme mit sich gebracht. Insbesondere, wenn es darum geht, dass die Wirtschaft in weniger entwickelten Ländern große Probleme bekommt. Das können wir jetzt nicht im Detail aufrollen, aber man muss schon sehen, also freier Welthandel ist jetzt auch nicht ausschließlich positiv. Das kann eben auch große ökonomische Probleme mit sich bringen. Viele Leute gehen sogar so weit zu sagen, dass der freie Welthandel eine ganz zentrale Voraussetzung ist für die Ausbeutung von Entwicklungsländern. Insofern ist das alles, alles hat alles so seine zwei Seiten. Aber jedenfalls eigentlich gibt es schon seit den 40er Jahren die Bemühungen zunächst mal unter dem Stichwort GATS, General Agreement on Tariffs and Trades und eben heute jetzt unter dem Schlagwort WTO, World Trade Organization, Zölle möglichst zu senken. Und eigentlich gibt es ja auch quasi eine Möglichkeit der friedlichen Konfliktlösung in diesem GATS und WTO Regimes, nämlich quasi Schlichtungsgremien. Wie soll denn das eigentlich funktionieren? Ja, ich glaube, das ist, Also bei der aller Kritik, die so auch NGOs an der WTO, am Welthandel und der globalen Gerechtigkeit üben, ich glaube, eine Sache kann man doch rausheben, dass es eben der Versuch ist, ein weltweites Regelungs- und Schlichtungssystem zu etablieren. Das mag in Teilen ungerecht sein und nicht funktionieren, aber doch gibt es immerhin so ein System zu sagen, hey, wir haben den Welthandel und wir wollen eigentlich weg davon, dass jeder so ein bisschen macht, was er will und versuchen, eine zentrale Schlichtungsstelle zu etablieren, dass es eben nicht zu Handelskriegen kommt, wo dann einer erhöht und der andere erhöht und das eskaliert, sondern wir haben mit der WTO und diesem Streitschlichtungsgremium bei der WTO ein Gremium installiert, wo eben Streit ausgetragen werden kann, wo halt Argumente vorgetragen werden, wo Richter sitzen, wo ein Beschluss gefällt wird, der dann auch von allen akzeptiert wird. Und da muss man halt sagen, das ist in der Theorie vielleicht so, funktioniert aber in der Praxis schon seit längerem nicht mehr, weil eben immer mehr Staaten doch wieder auf diese bilateralen Handelsvereinbarungen gehen, weil eben aber auch dieses Gremium zur Zeit nicht voll besetzt ist, also nur vier von sieben Stellen sind besetzt, weil die USA die Neubesetzung der Richterstellen in diesem Schlichtungsgremium bei der WTO blockieren. Da sind jetzt demnächst wohl noch zwei Stellen zu besetzen, wenn die auch blockiert werden, dann ist dieses Gremium komplett handlungsunfähig. Und ja, das ist eigentlich die Aufgabe, das zu schlichten und die EU will trotzdem, obwohl die WTO relativ handlungsschwach momentan ist, will trotzdem in diesen Fällen jetzt den Stahl, sozusagen die Auseinandersetzung um Stahlzölle vor die WTO bringen. Mal sehen, ob das hilft. Die EU sagt, wir müssen erst reden und sie reden, glaube ich, aktuell auch, also die zuständigen Kommissare treffen sich, glaube ich, mit Vertretern aus den USA jetzt gerade, um darüber zu reden und eine Einigung zu finden. Also, da ist so ein bisschen das Ende offen, auch weil die USA natürlich diese Zölle mit so anderen Forderungen noch verbunden haben. Also, die EU, speziell Deutschland auch, müsste mehr für die NATO ausgeben. Und da sagen die Europäer natürlich, also, lasst uns doch mal bitte Äpfel und Birnen auseinanderhalten und nicht alles miteinander vermischen. Also, da ist, wie gesagt, da ist das Ende noch nicht so richtig abzusehen, aber die Gefahr, dass das eskaliert, ist, glaube ich, nicht völlig vom Tisch zu weisen. Und das wäre, glaube ich, für alle nicht schön. Das muss man sehen. Sehr schön. Wir haben eine zweite Folge aus unserer Serie Der Bundeshack zu liefern. Da haben wir letzte Woche schon drüber geredet, dass es Angreifern gelungen ist, in das bis dato als sicher geltende Netz einzudringen, das Bundeskanzleramt, Geheimdienste und eben wichtige oder alle Ministerien miteinander verbindet. Was gibt es denn da Neues, Ulf? Ja, genau. Also, es sind so ein paar weitere Details durchgesickert. Zum einen nämlich, worauf es die Angreifer abgesehen hatten. Also, wir hatten ja in der vergangenen Woche schon gesagt, das war jetzt irgendwie nicht so der Versuch, möglichst viele Gigabyte abzuziehen, sondern eher der Versuch, unten entdeckt zu bleiben und ganz gezielt Informationen abzugreifen. Und da hat sich jetzt herausgestellt, dass unter den entwendeten Dateien unter anderem auch ein Protokoll zu den Brexit-Verhandlungen war. Außerdem Aufzeichnungen über EU-Gespräche zu Ukraine und zu Weißrussland. Und das weiß man deswegen, weil der Abfluss dieser Dateien angeblich kontrolliert geschehen sein soll. Das heißt also, während die ausgeleitet wurden aus den deutschen Regierungsnetzen von den Angreifern, sollen die Sicherheitsbehörden quasi denen schon auf die Finger geschaut haben. Also man hat ja diesen Hack noch eine ganze Weile weiterlaufen lassen, als er schon entdeckt war, weil man nämlich auf diese Art und Weise rausfinden wollte, wer denn dahinter steckt. Das hatten wir in der vergangenen Woche schon kurz angedeutet. Es gibt bei Hacks immer ein großes sogenanntes Attribution Problem, kommen wir auch gleich noch dazu, was sich da entwickelt hat. Und um dieses Problem zu lösen, dass man den wirklich Verantwortlichen nur schwer finden kann, hatten jetzt also die deutschen Ermittler die Hacker so ein bisschen weitermachen lassen, als man sie eigentlich schon entdeckt hatte. Was aber natürlich die Frage aufwirft, was haben die eigentlich gemacht, bevor man sie entdeckt hat. Ganz spannend war noch eine Detailinformation, die die Süddeutsche Zeitung in dieser Woche berichtet hat, nämlich wie eigentlich genau die sogenannte Exfiltration funktioniert hat, also das Ausleiten von Daten aus dem Regierungsnetz. Man könnte sich natürlich jetzt vorstellen, ja, da stellt man da einfach irgendwo einen Server ins Internet und kopiert die Daten da drauf. Das könnte man natürlich machen, das wäre aber sehr auffällig, weil dann ja eine direkte Internetverbindung aufgebaut werden müsste zu diesem externen Server. Und je nachdem, wie geschickt man das verbirgt, wird man dabei sehr schnell ertappt. Also insbesondere, wenn die Firewalls eines Systems gut funktionieren, die Intrusion Detection-Systeme, dann können, dann ist es einfach sehr auffällig, so zum einen Wegen eine FTP-Verbindung nach außen aufzubauen. Und deswegen hatten sich diese Angreifer eine etwas schlauere Lösung überlegt, nämlich mittels spezieller Mails. Also die hatten Outlook, dieses E-Mail-Programm, das vielleicht viele von euch kennen, gehackt in einer Bundesbehörde und diese Outlook-Programme wurden dann quasi zu, ja, zu so einer Art Versendeeinrichtung oder sowas. Die wurden dann zu, ja genau, also ich meine, da kann man sich vorstellen, Outlook ist eben ein Mail-Programm, das heißt, das ist dafür da, E-Mails zu empfangen und zu versenden und wenn das also E-Mails empfängt und versendet, ist das zunächst mal nicht so wahnsinnig auffällig. Und diesen Angreifern war es eben gelungen, so berichtet die Süddeutsche, die Outlook-Version, die eingesetzt wurden in dieser Behörde, jedenfalls auf einigen Rechnern, so zu manipulieren, dass man die mit speziellen E-Mails quasi fernsteuern konnte. Das heißt, also da kam dann so eine E-Mail an und die wurde dann nicht mehr einfach auf dem Bildschirm angezeigt, sondern das Outlook war so manipuliert worden, dass es diese E-Mail betrachtet hat als eine Anweisung, was es jetzt zu tun hat. Wie so ein Befehl, der nicht angezeigt. Genau. Du konntest ja quasi diese Outlook-Programme fernsteuern und dann zu allen möglichen Aktionen verleiten, indem du denen einfach spezielle E-Mails geschickt hast, was ich schon eine ausgesprochen ausgefuchste Variante finde, was aber natürlich zugleich zeigt, wie gefährlich es einfach ist, wenn man in einer Bundesbehörde immer wieder dieselben Programme einsetzt. Wenn quasi in allen Bundesbehörden irgendwelche Outlooks-Versionen eingesetzt werden, dann weiß man als Angreifer eben sehr genau, worauf man sich einstellen kann. Und die Lösung dieses Dilemmas hatten wir ja in der vergangenen Woche auch schon mal angedeutet. Outlook alleine ist jedenfalls keine gute Idee, Philipp. Nee, Outlook alleine ist keine gute Idee. Wir hatten es ja auch gesagt, Open Source, da müssen wir jetzt nicht nochmal ewig drüber reden. Das ist sicherlich ein wichtiges Element, dass man eben Software einsetzt, deren Source-Code öffentlich einsehbar ist und durchgeschaut werden kann. Aber ein Aspekt, der sicherlich auch noch gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt Outlook da genutzt wurde, ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist eben, dass wir eine diversere Software-Landschaft brauchen. Also wir sind halt durch diese Monokulturen, dass quasi du weißt, als Angreifer in einer Behörde wird Outlook eingesetzt, in einem Unternehmen wird Outlook eingesetzt. Dann kannst du noch gucken, welche Version ist es, okay, aber du weißt schon sehr genau, wonach du suchen musst, welche Software du wirst manipulieren können müssen. Und da kann man natürlich dann jetzt sagen, ja, aber wenn da jeder einen anderen E-Mail-Client einsetzt oder einen anderen Browser oder so, dann ist das doch völliges Chaos und überhaupt nicht mehr zu verwalten und völliger Wildwuchs. Und da, glaube ich, muss man sagen, naja, wir brauchen halt eine Diversität der einzelnen Anwendungen. Was wir halt brauchen, ist eine Standardisierung von Standards. Also, dass man sagt, E-Mails werden bei uns verschickt mit der Technik XY, SNTP oder IMAP oder wie auch immer, ja, und welche Anwendung man dafür benutzt, das ist dann mehr oder weniger eure Sache, ja, oder Dateien werden ausgetauscht mit dieser und jener Technik. Welche Anwendung ihr dafür benutzt, um diese Technik anzuwenden, voila, ist euch überlassen. Am besten Open Source, aber so kriegt man halt eine Diversität hin und trotzdem eine Einheitlichkeit und Interoperabilität dieser ganzen Technik. Genau, nicht Einheitlichkeit der Programme, wenn man sonst auch eine Einheitlichkeit quasi der Schwachstellen bekommt, sondern Einheitlichkeit der eingesetzten Protokolle und das ist übrigens generell auch im Bereich öffentlicher Verwaltung ein Riesenproblem. Es gibt von Leuten, die sich mit Software nicht so wahnsinnig gut auskennen, ganz häufig so diese Tendenz, wir brauchen einfach für alles oder für alle Anwender dieselbe Programme, irgendwie dieselbe komplexe Lösung, keine Ahnung, das Verwaltungsgerichtsprogramm, so und so, das soll einfach bundesweit eingesetzt werden und da muss man sagen, nein, das ist einfach gerade nicht die Lösung, dann hat man nämlich auch bundesweit dieselben Sicherheitsprobleme, sondern man muss halt festlegen, Verwaltungsgerichte arbeiten auf der Grundlage des Dateistandards, so und so, meinetwegen Dateistandard PDF und sie legen ihre Dateien so und so ab und sie verschicken sie mit diesem und jenem Protokoll, aber welche Programme dann eingesetzt werden, kann jeder für sich entscheiden und wenn nämlich dann alle diese Protokolle einhalten, dann hat man eine sehr gute Zusammenarbeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber eben nicht so eine große Angriffsfläche für Attacken, weil einfach jeder ein unterschiedliches System einsetzt. Und dann zum Beispiel hat man dann auch zum Beispiel dieselben Vorteile, wie man sie sonst im Föderalismus hat. Die Idee beim Föderalismus ist ja unter anderem, wenn einfach die Länder ihre eigenen Gesetze machen können, dann gibt es auch so eine Art kreativen Wettbewerb. Dann können halt die Bayern schauen, ob möglicherweise Hamburg eine kreativere Lösung gefunden hat für ein bestimmtes Problem und dann können sich diese, können sich verschiedene Lösungen in verschiedenen Ländern etablieren. Man vergleicht die, ob die funktionieren und dann setzt sich das Beste durch. Im Grunde so, Konkurrenz belebt das Geschäft, wenn man so will. Und wenn man natürlich jetzt in der Verwaltung einfach nur ein System für einen Zweck einsetzt, dann gibt es keine Konkurrenz und dementsprechend auch nur wenig Fortschritt. Wir hatten noch einen Hörerhinweis in der letzten Zeit, in der letzten Folge hatten wir sehr auf Microsoft eingeschlagen und dann kam aber ein Hörerhinweis, dass auch Microsoft seine Politik etwas geändert hat und eben auch sich, ich weiß nicht sehr, aber auf jeden Fall mehr im Bereich Open Source engagiert. Da kam halt der Hinweis, dass die Unternehmenskultur sich geändert habe, seit Satya Nadella dort Chef ist, seit vier Jahren jetzt knapp und eben, dass Microsoft auch einen sehr großen Beitrag leistet zur GitHub, also ein Portal, in dem eigentlich das zentrale Portal, wo heutzutage Softwarecode ausgetauscht und wird und an Softwarecode zusammengearbeitet wird. Das ist vielleicht ein guter Hinweis, also dass da Microsoft durchaus auch lernfähig zu sein scheint. Ja, das ist also eine ganz andere Firmenkultur als unter seinem, unter dem Vorgänger Steve Barmer, der ja so die rechte Hand von Steve, von Bill Gates war, nicht von Steve Jobs, von Bill Gates, also dem einen der Microsoft-Gründer, da hat sich wohl eine ganze Menge getan bei Microsoft und insofern, das würde ich sehr begrüßen, wenn die Firma jetzt also intensiv mitarbeitet bei Open-Source-Projekten. Auf der anderen Seite muss man natürlich, genau, und dann kam noch der weitere Hinweis, dass ja auch Microsoft-Software-Quelltexte eingesehen werden können von Regierungsstellen, das mag natürlich stimmen, aber das ändert ja nichts daran, dass diese Software nicht Open-Source ist. Das hilft ja nicht, wenn irgendwie bestimmte Mitarbeiter aus einem Ministerium sich diesen Quelltext angucken können, wenn sie nicht darüber reden können und wenn sie insbesondere diesen Quelltext auch nicht ändern können. Die Idee ist ja nicht nur reinzugucken, sondern das müssen, also zum einen müssen natürlich viele Leute reingucken, deswegen muss der möglichst öffentlich sein, aber vor allem geht es ja auch darum, den Quelltext verändern zu können und anpassen zu können an die eigenen Bedürfnisse und das dürfte so einfach nicht möglich sein. Insofern, das scheint mir kein zentrales Argument zu sein gegen unsere Kritik an Closed-Source-Software, aber wie gesagt, immerhin begrüßenswert, wenn Microsoft jetzt selber mitentwickelt bei Open-Source-Projekten. Genau, wir hatten letztes Mal das Attribution-Problem schon angesprochen, also die Frage, wer hat eigentlich diesen Angriff gemacht, aus wem ist er zuzuschreiben und wir hatten das Problem schon hingewiesen. Da war jetzt noch ein Artikel im Spiegel zu diesem ganzen Angriff und der hat zwei interessante Zitate gebracht, die das Problem eigentlich mehr verdeutlichen als lösen. Also er hat geschrieben, als Indizien, dass die Hacker aus Russland stammten, nannte der Verfassungsschutz unter anderem die Spracheinstellung Code 1251, damit können kurillische Zeichen angezeigt werden und dann zudem wurden auffällig große Aktivitäten zu üblichen Bürozeiten in Moskau und St. Petersburg festgestellt. Also da muss man sagen, wenn das wirklich das Fundament für die Zuschreibung dieses Angriffs ist, dann kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, weil das ist natürlich einfach zu fälschen. Also wenn wir beide, Ulf, einen Angriff vortäuschen wollten, der angeblich aus Moskau kommen soll, dann machen wir das zu den üblichen Bürozeiten in Moskau und St. Petersburg und schreiben in den Quellcode Code 52 rein. Wir übersetzen ein paar Wörter mit Google Translate ins Russische und packen die Kommentare und schon, ja. Nein, also das, Also da muss man jetzt nicht, also die haben auch noch ein paar andere Argumente genannt, so bestimmte Muster des Angriffs, bestimmte Software, die eingesetzt wird und so. Da kann man glaube ich schon auch sagen, dass Angriffe da wahrscheinlich ein bisschen faul auch sind. So das kann man glaube ich schon unterstellen, dass wenn bestimmte Methoden einfach gut funktionieren, bestimmte Workflows sich da allein als effektiv erwiesen haben, dass man die natürlich auch bei verschiedenen Angriffen immer wieder verwendet, statt das Rad immer wieder neu zu erfinden und dass so auch Muster von Angriffen zu erkennen sind, das finde ich entbehrt nicht einer gewissen Plausibilität, aber trotzdem, das Problem bleibt bestehen und ja, man muss da schon ein bisschen skeptisch sein, wenn jetzt alle nach Osten schauen, auch wenn die die Indizien natürlich da hindeuten. Sehr gut. Wir haben Feedback zu Hartz IV und Essener Tafel noch, ne? Ja, ganz genau. Da wollten wir nochmal einmal darauf eingehen, einfach weil da noch, wie wir fanden, sehr, sehr spannende Argumente gekommen sind in den Kommentaren. Daher an dieser Stelle nochmal herzlich die Einladung, doch die Diskussion zu verfolgen und insbesondere uns doch kein Feedback per E-Mail zu schicken und am besten noch mit uns per E-Mail zu diskutieren zur Sendung, sofern das nicht irgendwelche, ich sage jetzt mal, Geheiminformationen sind. Wenn ihr Feedback zur Sendung habt, bitte, bitte, bitte schreibt es uns in die Kommentare. Wir haben keine Zeit, mit euch per E-Mail Diskussionen zu führen unter der Woche. Das würden wir sehr gerne, wir freuen uns ja über das Feedback, aber dazu ist einfach keine Zeit. Wir können nur in den Kommentaren mit euch diskutieren, denn das versuchen wir da, das müssen wir eh moderieren, aber quasi individual, Feedback per E-Mail, das funktioniert einfach zeitlich nicht. Insofern bitte, bitte, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Es sei denn, ihr müsst aus irgendwelchen, ihr seid quasi jetzt als Whistleblower unterwegs und müsst bestimmte Informationen an uns vertraulich weiterspielen. Das ist natürlich ein Ausnahmefall. Aber geht, also die Diskussion war wirklich großartig in dieser Woche. Da gab es zum einen nämlich die Kritik daran, wir hätten das Konzept von Tafeln völlig falsch verstanden. Da hat uns ein Hörer geschrieben, die Aufgabe und das Selbstverständnis von Tafeln ist nicht die Versorgung von Bedürftigen, sondern der Versuch, Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen. Und insofern lägen wir mit unserer Kritik daran, dass es Tafeln überhaupt gibt oder geben muss und dass es Menschen gibt, die auf Tafeln angewiesen sind, völlig daneben. Das war ja auch ein Argument, was ich zum Schluss zumindest angedeutet habe. Dass eben das Motiv von Leuten, die ich auch kannte, diese Tafel zu gründen, nicht war, Arme zu versorgen, sondern Lebensmittel, die brach liegen oder weggeworfen werden, eben wie sinnvoll zu nutzen. Ja, ganz genau. Aber das ist richtig. Deswegen denke ich mal, stimmt es schon mal nicht, dass wir das nicht gesehen haben. Du hast es ja, wie gesagt, erwähnt. Aber vor allem würde ich mal argumentieren, das mag ja sein, dass das Selbstverständnis vor allem ist, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Aber ehrlich gesagt, dass die Lebensmittel an Bedürftige verteilt werden, dass also quasi gerettet werden vor der Mülltonne, diese Lebensmittel, indem man sie an bedürftige Menschen verteilt. Das lässt sich doch überhaupt nicht voneinander trennen. Also natürlich geht diese Idee, wir retten die Lebensmittel und wir helfen Menschen, die liegen ja quasi in derselben Situation, in demselben Akt werden quasi beide Ziele verfolgt. Insofern mag es ja sein, dass man das ursprünglich aus dem einen Grund gemacht hat, aber damit verfolgt man doch automatisch den anderen Grund. Also ich glaube, das scheint mir so ein bisschen Haarspalterei zu sein. Und selbst wenn es so ist, dass es einem nicht um die Bedürftigen geht, dann wäre das aus meiner Sicht noch lange kein Argument, jetzt diese Lebensmittel in irgendeiner Art und Weise diskriminierend zu verteidigen. Ja, das denke ich, das ist klar. Also wenn man das macht und man ist mit diesem Problem konfrontiert, mit dem die Essener, aber nicht nur die Essenertafel konfrontiert ist, nämlich unterschiedliche soziale Schichten, die da kommen und Altersstufen und sich unterschiedlich benehmen und einander verdrängen und komisch behandeln, das ist klar. Ich denke trotzdem noch darüber nach, ob es einen Unterschied macht und ich glaube, es macht schon einen Unterschied, mit welchem Motiv das gegründet wurde, weil bei dem einen Motiv, wir wollen die Armen versorgen und deswegen gründen wir die Tafel, steht dahinter, dass es ein offensichtliches staatliches Defizit gibt, das gestopft werden muss und für das Problem sucht man eine Lösung. Während andersrum, wir haben Lebensmittel, die weggeworfen werden, könnten wir da nicht mit etwas Sinnvolleres anstellen, diese staatliche Defizit nicht zwingend vorhanden sein muss, sondern man sagt, wir haben diese Lebensmittel und es gibt Leute, die sich darüber freuen, wenn sie sie bekommen. So, und das unterstellt nicht zwangsläufig, dass dort eine essentielle und fundamentale Versorgungslücke durch den Staat ist, sondern es unterstellt, es gibt Menschen, die diese Lebensmittel gut gebrauchen können. Das heißt nicht, dass sie sterben würden oder unmenschlich leben würden, wenn sie nicht da wären. Insofern ist dieses Argument nicht völlig von der Hand zu weisen, finde ich. Aber gut, ich meine mal ganz ehrlich, selbst wenn es darum geht, dass man irgendwie dieses Essen einer sinnvollen Verwendung zuführen kann, dann führt das doch unweigerlich auch dazu, dass man dann eben Menschen braucht, die dieses Essen tatsächlich abnehmen. Insofern glaube ich, diese beiden Motive so künstlich aufzuspalten und zu sagen, es geht ja nicht um die Menschen, es geht nur ums Essen, das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht ist das deswegen Quatsch, weil das quasi zwei Seiten einer Medaille sind oder eines Vorgangs, nämlich Essen sinnvoll verwenden. Damit rettet man es zum einen vor der Mülltonne, hilft aber zugleich Bedürftigen. Also weiß ich nicht, das kam mir so ein bisschen, das kam mir so ein bisschen wie ein vorgeschobenes Argument vor. Na gut, wie auch immer. Wie auch immer. Es gibt noch ein zweites Argument, da hatte jemand so ein bisschen Verständnis dafür, wenn es in diesen Warteschlangen irgendwie Probleme gibt, sagen wir mal, mit Menschen anderer Herkunft, das formuliert User zuck so, aber wenn die Warteschlange plötzlich voll anderer Gesichter sind, anderes Alter, offenbar fast nur männlich, gerade bei Männergruppen mit typischem Aussehen, schwarze Haare, mittleres Alter, andere Hautfarbe, fremde Gesichtszüge, fremde Sprache, dann haben halt viele unbestimmte Angst, schreibt dieser User. Ob das moralisch okay ist, ist eine andere Frage, aber es ist erstmal nachvollziehbar, gerade wenn man als Rentner plötzlich damit zwangsweise konfrontiert wird. Wenn in der Warteschlange nur das alte Muttchen, egal ob Arabisch oder Deutsch stünde, dann wäre das sicherlich kein Problem, aber es sah wohl anders aus. Das schildert dieser User. Genau, kann man ja nachvollziehen, das führt letztlich zu dem Problem, was ja die Essener Tafel auch geschildert hat und was ich ja eben auch skizziert habe und was eben, das kam jetzt auch in vielen Kommentaren, Zusendungen, Artikeln raus, nicht nur die Essener Tafel hat, aber was eben auch rauskam ist, es gibt viel, viel bessere Lösungen, dieses Problem zu attackieren, als zu sagen, nur Leute mit deutschem Pass kriegen hier noch was zu essen. Also da haben die Tafeln ja wirklich unterschiedliche Lösungen gefunden von bestimmten Zeitslots, von bestimmten Tageslots, Losverfahren, so wechselnde Schlangen, etc., etc. die sind nicht alle selig machen, die sind nicht alle glücklich geworden damit, aber es gibt doch einige, die berichten, ja, so haben wir das Problem durchaus, sagen wir mal, zumindest lindern können. Ja, und ehrlich gesagt ist aus meiner Sicht auch gerade die zentrale Botschaft dieser Diskussion, dass man eben nach solchen kreativen Lösungen suchen muss. Es ist eben gerade das Problem, wenn man sich ganz schnell auf die scheinbar einfache Lösung stürzt, zu sagen, wir gucken jetzt mal nach dem Pass. Das ist häufig die einfachste Lösung, zu sagen, wir gucken nach dem Pass, aber das ist eben zugleich eine diskriminierende Lösung, wo Menschen auf Grundlage irgendeiner Nationalität mit einmal unterschiedlich behandelt werden und da denke ich, sind Tafeln, und zwar ganz egal, ob sie öffentlich organisiert sind oder ob es eine private Initiative ist, einfach aufgerufen, nach kreativen und nicht diskriminierenden Lösungen zu finden, denn die gibt es ja. Man muss sich halt einfach zwei Minuten mehr Gedanken machen und dann findet man eine Lösung. Aus meiner Sicht ist nicht das Problem, dass die Essener Tafel überhaupt irgendwie ein Kapazitätsproblem hatte und das lösen musste oder lösen wollte oder auch ein Problem mit Konflikten. Das ist alles legitim, dass man da nach einer Lösung sucht, aber diese Lösung muss eben nicht diskriminieren. Genau, und für mich ist der Zug insofern ein interessanter Kommentar, weil, sagen wir mal, die Lösung, die die Essener gefunden haben, eine emotional und spontane Reaktion ist auf das, was Zug schreibt. Ja, es ist so zu sagen, ja, Stimmproblem, Lösung, wir brauchen einen deutschen Pass, sonst gibt es kein Essen. Und das ist so ein bisschen analog zu diesen, wir regen uns über, weißt du, so ein Interview auf und posten das erstmal in Social Media und stampfen jemanden in Grund und Boden, sondern das ist eine emotionale, spontane Reaktion und da würde ich sagen, da muss man sich einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen. Da muss man sagen, also einmal kurz überprüfen, ist das eine, das ist spontan unser Lösungsansatz, aber ist das auch okay? Gibt es nicht irgendwas anderes? So, und das wäre sozusagen meine Lehre aus dieser Essener-Diskussion. Das würde ich auch so sehen. Da gab es aber noch einen zweiten Punkt, der in diesem Kontext sehr spannend war und zwar nämlich die Frage nach Hartz IV. Wir hatten quasi als einen der zentralen Gründe, warum denn so Tafeln sich so explosionsartig verbreitet haben in Deutschland, auf die verbleibende Armut, insbesondere trotz Hartz IV hingewiesen und da gab es dann auch einigen Widerspruch, wo teilweise, wie ich fand, in sehr befremdlichen Äußerungen quasi so Opfer-Blaming betrieben wurde, wo also die Menschen, die auf Hartz IV angewiesen sind, ziemlich beschimpft wurden, auch bei uns in den Kommentaren. Ich habe dann lange überlegt, ob wir das überhaupt stehen lassen können. Ich habe das jetzt mal stehen lassen, weil dann auch, wie gesagt, viel Gegenrede kam, sodass das eben nicht unkommentiert dasteht. Aber das hat mich persönlich schon sehr schockiert, wie menschenverachtend da auch der ein oder andere Hörer, was in diesem Fall, glaube ich, argumentiert hat. Aber wir sind dem dann nochmal so ein bisschen nachgegangen. Da kamen auch ein paar sinnvolle Hinweise auf Zeitungsbeiträge in den Kommentaren und wollen das deswegen nochmal ganz kurz aufrollen. Was denn eigentlich das Problem an Hartz IV ist? Jetzt nicht ganz groß, sondern speziell an der Berechnung der Hartz-IV-Höhe. Das Bundesverfassungsgericht hat schon vor einigen Jahren festgelegt, dass Hartz IV jedenfalls das Existenzminimum sichern muss. Das heißt also, diese Höhe des sogenannten Hartz-IV-Regelsatzes kann nicht etwa irgendwie willkürlich festgelegt werden, je nach Kassenlage oder so, sondern sie muss nachvollziehbar berechnet werden. Und das passiert jetzt praktisch dadurch, dass man Tausende von Haushalten befragen lässt durch ein Institut, was sie wofür ausgeben. Das ist die sogenannte Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, kurz EVS. Und die wird seit 1962 durchgeführt. Da befragen also amtliche Statistiker alle fünf Jahre Zehntausende von Haushalten. Das machen die nicht, um Hartz IV berechnen zu können, das machen sie sowieso. Das machen sie sowieso. Ich weiß gar nicht, welche öffentlichen Zwecke damit noch so verfolgt werden, aber 1962 gab es noch kein Hartz IV. Vielleicht war es früher, um die Sozialhilfe zu berechnen. Also warum sie das machen, weiß ich nicht. Jedenfalls machen sie das auch mit dem Ziel, diesen Hartz-IV-Regelsatz zu berechnen. Und ganz interessanterweise hat man zunächst mal die unteren 20 Prozent der befragten Haushalte genommen. Und zwar 20 Prozent, die gerade noch kein Hartz IV beziehen, die nicht auf Sozialleistungen angewiesen sind. Und hat dann geschaut, was die denn so im Monat wofür ausgeben. Und hat daraus, oder auf dieser Grundlage dessen, was diese unteren 20 Prozent ausgeben, dann sich bemüht, den Hartz-IV-Regelsatz zu berechnen. Die Idee ist so ein bisschen, wir gucken so, was Leute ausgeben, die gerade noch nicht auf Hartz IV angewiesen sind, um dann zu gucken, was brauchen denn so Leute, die Hartz IV brauchen, um da so einen Vergleich zu schaffen. Genau, das ist für die Idee. Und das ist jetzt auch nicht wünsch dir was oder so, sondern das geht eben zurück auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass der Hartz IV-Regelsatz nach einem vernünftigen Verfahren berechnet werden muss, quasi nach dem, was Menschen haben, die gerade nicht auf Hartz IV sind. Wie gesagt, dann hat man also diese unteren 20 Prozent der Bevölkerung genommen, was die so ausgeben im Monat. Und das wären normalerweise 535 Euro gewesen im Jahr 2008, die einen Single-Haushalt in dieser Vergleichsgruppe ohne Miet- und Heizkosten monatlich ausgab. 535 Euro. Allerdings hat man dann nochmal ganz groß den Rotstift angesetzt und hat nämlich die Politik sich überlegt, was braucht man denn nicht, wenn man auf Hartz IV ist? Und da fielen dann eine ganze Reihe Ausgaben raus und zwar unter anderem Alkohol, Tabak, Schnittblumen und auch eine ganze Menge anderer Dinge, die man angeblich nicht braucht, wenn man auf Hartz IV ist. Und damit blieben dann von diesen berechneten 535 Euro nur noch 362 Euro über, also nochmal erheblich weniger. Fast 200 Euro sind dann nochmal rausgestrichen worden von den 535 Euro, weil man der Meinung war, das fällt halt nicht unter das Existenzminimum. Da kann man schon daran zweifeln, ob denn eigentlich diese Streicherei eigentlich in Ordnung war. Das ist letztlich natürlich eine politische Entscheidung auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick hat das Bundesverfassungsgericht auch festgehalten, dass es nicht darum gehen soll, quasi das physische Überleben alleine zu sichern. Die Leute sollen nicht nur nicht verhungern, sondern sie sollen ja auch irgendwie am sozialen Leben teilhaben können. Also ich meine, wie soll man denn quasi als Mensch, als soziales Wesen überleben, wenn man sich kein Bier in der Kneipe mehr leisten kann? War nicht auch Teil des Urteils, dass es sozusagen eine Umschichtungsreserve geben muss, also dass du zu dem Existenzminimum auch gehören musst, dass du so ein bisschen umschichten können musst, dass du sagen musst, ich gebe ein bisschen weniger hierfür, ein bisschen mehr dafür aus und dass diese knappe Bemessung eben jetzt dazu führt, dass einfach jetzt häufig das Umschichten quasi nur noch insofern stattfindet, als dass halt die Leute auf das verzichten, was ihnen das Teilhaber am sozialen Leben eben ermöglicht. Ja, also das steht so mittelbar drin, denn das Bundesverfassungsgericht verlangt ja eben, dass dieser Hartz-IV-Bedarf berechnet wird an den Lebensverhältnissen eben dieser, der unteren Kreise, sage ich jetzt mal, der sozial unteren Kreise der Bevölkerung. Die haben aber normalerweise eben noch eine sogenannte Flexibilitätsreaktion. Genau, das heißt also, da ist ein bisschen Spielraum bei den Ausgaben. Man kann zum Beispiel einfach sagen, in diesem Monat kaufe ich mir keine Zigaretten, damit ich mir mehr Klamotten kaufen kann. Das kann man ja so für sich persönlich entscheiden oder ich rauche halt mal weniger, ich gehe vielleicht mal weniger in die Kneipe, dann kann ich mir mehr Klamotten kaufen. Das Problem ist bloß, wenn man diese ganzen, in Anführungsstrichen, Luxusausgaben von vornherein rausstreicht, aus der Hartz-IV-Berechnung, dann gibt es keine Flexibilitätsreserve. Mit anderen Worten, der Hartz-IV-Regelsatz ist total auf Kante genäht. Und wenn da irgendwas schief geht, dann reicht es halt schlicht und ergreifend nicht mehr und dann muss beim Essen gespart werden. Okay, also wir haben jetzt dargelegt, wie man zu diesen 362-Euro-Regelbedarf kommt. Genau, und dann gibt es noch ein nächstes Problem mit diesen 362-Euro. Also das eine Problem ist diese Streichung von allen möglichen Dingen, die angeblich Luxus sind. Es gibt aber noch ein zweites, viel gravierenderes Problem, weil sich das nämlich finanziell noch mehr auswirkt. Theoretisch, wie gesagt, sollen es die unteren 20 Prozent der Bevölkerung sein. Da hat dann schon mal die Politik gesagt, okay, wir nehmen jetzt nur noch die unteren 15 Prozent. Das ist dann natürlich, die sind dann eben nochmal ein bisschen ärmer. In der Praxis werden dann aber nicht etwa die unteren 15 Prozent betrachtet, die keinen Hartz-IV bräuchten, sondern diejenigen, die sie faktisch nicht beziehen. Und man weiß, dass es relativ viele Menschen gibt, die zum Beispiel aus Scham oder weil sie Angst haben, ihre Vermögensverhältnisse komplett offenlegen zu müssen, keinen Hartz-IV beziehen, obwohl sie arm sind. Das heißt also, diese Sollgröße ist quasi schon wesentlich niedriger. Also das heißt, um das mal zu sagen, also eigentlich war die Idee, wir nehmen Leute, die noch so viel verdienen, dass sie kein Hartz-IV, keine Sozialleistung brauchen, weil sie eben so ausreichend noch einkommen haben. Weil sie genug haben. Wie viel geben die eigentlich aus? Aber de facto ist es so, dass halt die genommen werden, die keine Sozialleistung beziehen. Genau, aus welchen Gründen? Aus welchen Leuten, was aber auch bedeutet, dass eben Leute mit einbezogen werden, die eigentlich zu wenig verdienen. Ganz genau. Unter dem Hartz-IV, genau. Es werden Leute in die Berechnung der quasi des Hartz-IV-Regelsatzes einbezogen, die weniger haben als das Existenzminimum, weil sie aus lauter Scham oder aus welchen Gründen auch immer kein Hartz-IV beantragt haben. Und Schätzungen von Sozialverbänden, zum Beispiel von der Caritas, gehen dahin, dass es 30 bis 40 Prozent dieser Vergleichshaushalte sind. Und wie gesagt, die dann eben zugrunde gelegt werden bei der Berechnung, die selber viel weniger haben, als Hartz-IV eigentlich wäre. Also massive sozusagen, also das ist nicht irgendwie die ein, zwei Prozent, die jetzt halt keine Sozialleistung beziehen, aber sie beziehen könnten, sondern es sind an die Hälfte, also Drittel. 30 bis 40, Drittel bis die Hälfte. Drittel bis die Hälfte, die keine Sozialleistung bekommen, obwohl sie welche beziehen könnten und so also mit in diese Berechnung des Existenzminimums reinbezogen werden, die dann wieder zum Hartz-IV-Regelsatz führen. Also der ist ohnehin niedrig, so ist das Fazit, aber der, noch dazu ist aber die Berechnung offensichtlich, die Berechnungsgrundlage offensichtlich falsch, mit der dieser ohnehin sehr niedrige Regelsatz errechnet wird. Genau, weil man halt Leute schon mit reinberechnet, die selber eigentlich ärmer sind als der Hartz-IV-Regelsatz. Das muss man sich mal überlegen. Und wenn man das nicht tun würde, wenn man da sauber rechnen würde, dann wäre der Regelsatz etwa 60 Euro höher. Und da kann man sich vorstellen, wenn man im Monat irgendwie 400 noch ein paar Euro hat, dann sind 60 Euro eine ganze Menge Geld. Warum macht man das alles so? Ganz einfach, das sind letztlich politische Entscheidungen, dass man Geld sparen will. Denn wenn man den Hartz-IV-Regelsatz fair berechnen würde, also dass wirklich das Existenzminimum geschützt ist, dass vielleicht sogar noch ein bisschen Flexibilitätsreserve drin wäre, dann würde natürlich der Regelsatz deutlich angehoben werden müssen. Also 60 Euro wäre das Minimum. Wahrscheinlich wäre ein fairer Hartz-IV-Regelsatz eher 100 bis 120 Euro höher, als er heute ist. Das würde natürlich bedeuten, mehr Hartz-IV-Ausgaben. Das würde aber auch bedeuten, dass man dann den Mindestlohn anheben müsste, weil natürlich Menschen, die arbeiten, schon mehr haben sollten, als jemand, der auf Hartz-IV ist, einfach um einen Anreiz auch zu schaffen. Lohnabstandsgebot. Stichwort Abstandsgebot. Und dann würde das mittelbar auch dazu führen, dass man den Freibetrag bei der Einkommenssteuer anheben müsste, weil natürlich das Bundesverfassungsgericht auch immer wieder sagt, dass das Existenzminimum von der Einkommenssteuer freigehalten werden muss. Das heißt also, da gäbe es eine ganze Menge fiskalische Folgen. Ich habe ehrlich gesagt keine seriöse Berechnung gefunden, wie viele Milliarden es tatsächlich kosten würde. Aber es sind auf jeden Fall viele Milliarden. Es sind einige Milliarden. Auf der anderen Seite sind wir dann, wie man weiß, ein reiches Land. Wir haben schon ganz ausführlich darüber gesprochen, wie es um den Bundeshaushalt steht, wie viele Milliarden da über sind. Und auch in dem aktuellen Koalitionsvertrag kann man ja ablesen, das ging ja fast zu irgendwie wie am Zahltag, wo dann irgendwie die Milliarden hier und da und sonst wo noch reingesteckt werden und Steuergeschenke verteilt werden. Also Geld ist ja im Prinzip da. Und deswegen würde ich persönlich an meiner Wertung festhalten, dass das einfach ein absoluter Skandal ist, dass wir uns in unserem Lande Menschen leisten, die nicht nur arm sind, sondern die eben tatsächlich nicht genug zu beißen haben. Insbesondere, wenn sie dann auch noch einen Teil von diesen ohnehin viel zu knappen Hartz-IV-Leistungen gestrichen werden. Ja, Stichwort Sanktionierung von Hartz-IV-Bezieherinnen und Beziehern. Zum Beispiel, weil sie mal einen Termin verpasst haben bei Ärzten oder Psychologen. Die Zeit berichtet der wichtigste Grund für solche Sanktionen, was auf Deutsch bedeutet, dass man von diesem Existenzminimum noch mal Geld abgezogen kriegt, weil sie Termine bei Ärzten oder beim Amt oder bei Psychologen verpasst haben. Und da muss ich sagen, das finde ich einen absoluten Skandal. Wobei es uns nicht darum ging, um das noch klarzustellen, zum Schluss die einzelnen Mitarbeiter im Jobcenter zu kritisieren. Da gibt es vermutlich wie in jedem Beruf Gute und Schlechte, sondern mir persönlich ging es nicht um ein Bashing von Menschen da, von Mitarbeitern, sondern mir ging es um das System, das ich für evident ungerecht halte. Wir haben noch ein bisschen weiteres Feedback zu diesem öffentlichen Personennahverkehr. Hatten wir gesagt, sei grandios gescheitert. Stellt sich aber raus, in Franken gibt es noch das beschauliche Erlangen. Hat uns ein Hörer geschrieben und da soll es tatsächlich kostenlosen Nahverkehr geben. Link findet ihr in den Shownotes. So soll es sein. Und dann müssen wir ganz zum Schluss noch eine kleine Korrektur anbringen. Und zwar hatten wir ja vorgestellt, diese Aktion, wo eine Initiative aufgefordert hat, in Supermärkten ganz bestimmte Produkte zu klauen. Und wir dachten, das sei vom Zentrum für politische Schönheit. Aber das müssen wir korrigieren. Diese Aktion war in Wirklichkeit vom Peng Collective aus Berlin. Und da muss ich zu unserer Schande gestehen, Philipp und ich hatten beide gedacht, das seien im Prinzip dieselben Leute. Peinlich. Sorry. Das haben wir jetzt nochmal nachgeprüft. Das mag da personelle Überschneidung geben. So ganz genau weiß man das nicht, weil die ja alle sehr konspirativ unterwegs sind, diese Leute. Aber wir können jedenfalls nicht einfach davon ausgehen, dass das dieselbe Truppe ist. Insofern Korrektur. Tut uns leid. Sorry. Damit kommen wir zum Schluss. Da auch nochmal kurz der Hinweis. Wir haben natürlich noch unseren Shop im Angebot. Da gibt es dann ab übermorgen, also dem 12.03. bis zum 16. also vier Tage lang wieder mal ein, glaube ich, Rabattaktion. Das gibt es ein bisschen weniger. Spart, glaube ich, einige Euro, wenn ihr den Aktionscode SAVE5, also SAVE wie Sparen und die Ziffer 5, SAVE5 beim Kauf eingebt. Da gibt es dann Hoodies und T-Shirts und Tassen. Ihr kennt das populär, aber lohnt vielleicht nochmal der Hinweis. An dieser Stelle würde ich dann sagen, die Lage der Aktion ist abschließend und umfassend erklärt und analysiert, Ulf. Und erörtert. Und erörtert. Wir verabschieden euch und uns ins Wochenende. Genau. Habt ein schönes Wochenende. Kommt gut in die neue Woche. Bleibt uns gewogen. Wenn euch die Sendung gefallen hat, schenkt uns gerne ein paar Sternchen bei iTunes oder auch im Podcast-Player eurer Wahl. Wir haben jetzt festgestellt, es gibt ja noch ein paar andere Podcast-Player, die auch eigene Kommentarfunktionen haben. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch dort über ein paar freundliche Worte. In diesem Sinne würde ich sagen, auf bald und ciao. Bis dahin. Alles Gute. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.